. Hallo, liebe Kickers-TV. Der OFC empfängt den Drittliga-Absteiger vom VFR Ahlen, die heute ganz in schwarz und weiß spielen. Das sind ihre Farben. Und der OFC ganz in rot. Rote Stutzen, rote Hosen und rote Jerseys. Ja, und ich begrüße an dieser Stelle ganz herzlich noch mal meinen tollen Kollegen, der ansonsten so viele Interviews macht. Und eben heute und wie so oft eben auch mit am Mikrofon dient. Jörg Ruhner, da ist er, hallo, herzlich willkommen. Ja, hallo, liebe Kickers-Freunde. Hallo, Lars, hallo vom gut gefüllten Biberer Berg. Bestimmt 8000 Zuschauer haben sich hier eingefunden. Prickelnde Atmosphäre der OFC in rot. Die Aalner in schwarz-weiß gestreift. Und wir haben ja schon so ein bisschen gerade über die Aufstellung geredet. Ich werde es im Lauf des Spiels dann auch noch mal im Detail angehen. Da hat sich nicht viel geändert in der Aufstellung. Genauer gesagt, eigentlich nur auf der Bank. Die Anfangsformation ist die, die wir in den letzten zwei Spielen auch hatten. Ähm, mit der bewährten Viererkette mit, ähm, mit Ronny Marcos, mit, ähm, Marco Cicora, mit Gerrit Gohlke, mit Kevin Pezzoni. Im Zentrum dann Richard Weil, Luigi Campagna, rechts Mike Vetter, links Dackfuß. Dann als Doppelspitze Moritz Reinhardt und der Andes Schala. Ja, da seid ihr abgedatet. Und unten drunter, da stehen auch, äh, die Gäste jetzt gleich im Laufband nochmal. Und dann werden wir gleich auch umschalten hier auf den Radio-Modus. Dann seid ihr hier voll mit dabei, wenn es hier so richtig losgeht. Ja, die Offenbarer machen auch den Kreis. Ja, da haben wir so schön im Bild. Die OFC-Spieler. Oh, jetzt wird die Seite gewechselt. Uiuiui, das gefällt uns gar nicht. Das haben die Ulmer schon gemacht. Und dafür wurden die Ulmer bestraft, dass sie die Seitenwahl hier zu unseren Lasten ausgelegt haben. Und das wird die Strafe auch heute geben für den VfA, denn das darf nicht sein. Ja, ja, ja. Auch die Fotografen sind natürlich jetzt gleich wieder am Rennen, weil sie auf der falschen Seite waren. Ähm, gut, äh, von Aalen vielleicht dann auch nochmal zur Aufstellung. Ähm, da ist ja mit Nico Dobros, das ist ja ein ehemaliger Kickerspieler drin. Auch sonst zwei, drei interessante Leute. Da werde ich im Lauf des Spiels dann auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber jetzt, äh, genießen wir die Atmosphäre und warten hier auf den Anpfiff. Ja, schon richtig gute Stimmung. Ein pick, gepack, gefüllter Block zwei auf der Waldemerklein-Tribüne. Auch die Dreier-Tribüne ist absolut voll. Und auf Block eins, da gibt es dann noch leichte Felder, die frei sind. Gott mit uns, der OFC ist im Spiel. Und jetzt geht es los. Und der ist am Ball und hört nur was für eine geile Kulisse. Über 8000 peitschen den OFC nach vorne. Und dann geht es hier so richtig zur Sache. Ja, die Aalner, die haben natürlich, äh, ja, wie soll man sagen, das ist so eine, so eine, so eine, Mogelpackung, da weiß man nicht so richtig, was drinsteckt. Denn die sind rund erneuert, hat der Trainer gesagt. Ja, er ist komplett neu zusammengestellt, die Mannschaft bis auf den, oder die zwei Torhüter sind das alles neue Spieler. Und aber sind schon alles Spieler, sagen wir mal, von einem guten Regionalliga-Niveau. Sie haben auch zum Teil, äh, aus der österreichischen 1. Liga den, den, den Tony Vastic geholt, der hat österreichische 1. Liga gespielt. Jetzt, äh, bei der 2. der 2. Liga, äh, Niko Dobros, wie gesagt, ja, ein Mann, der recht gut ist. Marcel Appiah, äh, ein sehr guter Innenverteidiger, kam aus den USA zu, äh, zu, äh, den, ähm. Oh, jetzt kommen erstmal die Alländer gefährlich, und vorne, ja, Kopfball, auf so, aber Trabant, ganz sicher, steht er da, und hat auch keine allzu große Mühe. Sorry, ich bin dir ins Wort gefallen, für deinen Gedanken noch raus. Ja, also, wie gesagt, da sind schon ein paar gute Leute dabei. Daniel Bernhard, äh, war auch der 3. Liga Torhüter, oder hat auch in der 3. Liga ein Tor gestanden. Also, das ist schon eine Mannschaft, die hat, äh, eine Substanz. Ähm, da muss man mal gucken. Selbst der Trainer hat ja gesagt, er kann doch gar nicht so richtig das Leistungsniveau einschätzen. Ja, 4 zu 4 haben sie gespielt. Also, sehr, sehr spektakulär. Und da kann man sagen, also, die vordere Reihe, die hat getroffen wie am Spieß. Das muss man ganz klar sagen. Allerdings hatten sie in der Woche auch eine schwerwiegende Verletzung zu beklagen. Also, da ist, glaube ich, einer der Besten ausgefallen. Ja, siehst du, da bist du jetzt wieder besser informiert als ich. Das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Da müssen wir uns nochmal genau erkundigen, wer das genau war. Jedenfalls, äh, äh, schauen wir mal, der Aufzähl. Der kommt nämlich jetzt über die rechte Seite. Das sieht gut aus, und da kommt eine Flagge vorne rein. Ja, Schala! Der erste Mal abgelegt mit dem Kopf am Elfmeterpunkt. Ja, 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 ja! Und da waren die zwei Banditen wieder beieinander. Schala! Und natürlich Reinhardt! Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, Eckball oder nicht, aber... Also, die Stimmung, die ist schon richtig grandios hier. Ganz klarer Fall. Hier ist richtig was los. mit dem Kopf der Aufzähl. Zwei Minuten, fünf Sekunden gespielt. Null zu null stets! Auf Biebershöhen. Auch heute können ihr aktiv mitgestalten. Ihr könnt Schreiben an fanradio at OFC.de, da geben wir auch eine Grüße mit über den Sender, egal ob ihr Offenbacher oder Aalner seid. Das wollen wir hören, wir wollen Länderpunkte vergeben, also schreibt uns von wo ihr gerade Fanradio hört und was ihr denkt, wie es denn jetzt hier weitergeht auf Bibers Höhen. Jetzt geht es erstmal weiter mit dem Abschlag, aber der Aalener Tourhüter, der lässt sich viel Zeit zum Unmut, der Offenbacher Zuschauer Daniel Bernhardt. Also das ist nicht sehr geschickt, denn da da hinten ein paar tausend Leute hinter sich sitzen und die haben das mit Pfiffen bedacht, dass er da so lange hat rumgemacht, bis er die Kugel abgestoßen hat. Und jetzt erstmal ein Mittelfeldgeblänkel und Mike Vetter, jetzt schauen wir mal, was er macht, dreht sich, wendet sich, nochmal zurückgespielt. Kampagna, auf engstem Raum, Weil, ja, Ritchie Weil schön links rausgelegt und das ist Marcos, also der legt das nochmal ab und jetzt muss er vielleicht dann doch reinkommen. Ja, da vorne auf den ersten Pfosten soll der kommen, da stand Schala, allerdings standen dort auch die Abwehrrecken der Aalener und so haben sie für sich geklärt. Ja, die jetzt mit einem schnellen Gegenzugsversuchen, aber da war jetzt erstmal Gerrit Goelke dazwischen, aber der Schiedsrichter hat da vorher einen Foul gesehen, hatte da den Vorteil laufen lassen. Da liegt der Stoßstürmer von den Aalen, dann liegt er am Boden, aber hat sich nicht wehgetan, größer und wie gesagt, Schiedsrichter hat den Vorteil laufen lassen und hat dann abgepfiffen. Ja, der wird dann wahrscheinlich lang, naja, der wird lang kommen auf alle Fälle, da formieren sie sich an der 16-Meter-Linie und die Offenbarer, ja, sie rücken da ein bisschen raus, versuchen die Aalener da ins Abseits ein wenig zu stellen. Und da wird jetzt dann gleich der lange Ball in Richtung Strafraum kommen, da dauert es jetzt noch ein bisschen, der Schiedsrichter noch im Gespräch mit Duckfuß. Er wird immer noch mächtig gepfiffen und hinter der Waldemar-Kleintribüne, da funkt so ein Blitz des, also hier kommt noch ein Gewitter, vielleicht ist das eine gewisse Symbolik, aber die Frage ist, auf welcher Seite wird es einschlagen, das werden wir es noch sehen. Ja, und sie wollen und wollen gar nicht ausführen, oder der Schiri, ich weiß nicht, wer das Spiel hier unnötig verzögert, jedenfalls Gellendes Five-Konzert und dann kommt die Flanke doch vorne rein hier, aber dann hat er, was hat er denn, was hat er denn da jetzt gepfiffen, nochmal oder was? Nein, 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 ich denke der Schiedsrichter hatte... Doch, er darf nochmal, das gibt es doch gar nicht. Er hatte dem Schützen angezeigt, er pfeift an und er hatte noch nicht angezeigt. Ah, da kannst du aber sehen, dass es in dem Fall am Schiri lag und nicht an den Aalener. Also jetzt dann der Freistoß, noch 40 Meter bis zum Tor, dort vorne kommt er rein, Trabant pflückt die Kirsche runter, ganz sicher hat damit keine Mühe. Und jetzt endet das Pfeiff-Konzert und umgeschaltet wird hier auf Support. Fünf Minuten gespielt für die, die später eingeschaltet haben. 0 zu 0 steht es auf Bibers Höhen. 8.000 sollten das auf jeden Fall sein. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Die Stimmung, die könnte nicht besser sein. Nach zwei Spielen, zwei Siegen. Und heute soll nachgelegt werden. Ja, heute soll nachgelegt werden. Kampagne jetzt hinten hat sich da zwischen die Innenverteidiger fallen lassen. Fast so auf einer klassischen Libero-Position. Soll da das Aufbauspiel mit ankurbeln. Aber die Aalener, sie haben jetzt momentan da im Zentrum das Spiel recht gut zugestellt. Und der UFC muss dann erstmal hinten rumspielen. Muss auf die Lücke suchen. Geht dann auch ganz zurück zu Dominik Travant. Da muss man so ein bisschen Geduld haben. Sie laufen jetzt auch hoch an. Und dann kommt der lange Ball nach vorne. Aber der wird dann auch gleich wieder geklärt von den Aalener. Aber der UFC aufmerksam mit Weil, der dann rausspielt auf Marcos. Marcos, da geht es ab auf der linken Außenbahn. Und dann weiter auf Duckfuß. Duckfuß hat den dann zur Flanke. Aber naja, da kommt ein bisschen lang. Ist im Aus. Ja, geht ins Tor aus. Und so wird es Abstoß geben. Und da habe ich die ersten Grüße. Rot-Weiße Grüße nämlich. Zunächst muss ich ja mal sagen, dass ich mich vom Schwarzhörer-Vorwurf befreit habe. Die Kohle ist unterwegs. Und ansonsten babbel den Dreier rein. Damit es weiter Richtung Platz 1 geht. Und die Antwort auf das Quizspiel ist Rudi Völler. Aber wir haben gar keine Quizspielfrage gestellt, mein Lieber. Du hast also schon was beantwortet, was gar nicht zu beantworten ist. Wie auch immer. Das war der Thomas Häuser. Also danke, dass du deinen Unterstützungsbeitrag geleistet hast. Und das haben auch viele schon getan. 23 Spieltage sind finanziert. Also brauchen wir noch 11 Spieltage. Und dann können wir für euch immer weiter Fanradio machen. So, jetzt kommt der UFC nämlich mit Mike Vetter. Der hat es brachial versucht. Und da ist er auch wieder. Schirrt den Ball erst einmal ab. Einen Wurf wird es geben. Das Ganze schon fast auf der Verlängerung der 16er Linie. Oh, da ist er ausgerutscht. Schick-Horra. Aber das Bällchen, das bleibt erst einmal in den Reihen der Roten. Und das sind die Unzrigen. Und dann wird von hinten neu aufgebaut. Gohlke, der lange Schlags, der aus der U19 kam und sich hier so gut eingefügt hat. Spiele darüber auf Pezzoni. Und jetzt auf der linken Seite. Ja, hat er wieder etwas geahndet. Freistoß wird es geben für den VfL. Der Ball war im Aus. Nein, nein. Der Ball war im Aus drüben. Kann passieren. Gibt einen Wurf für die Ahlen. In der Mitte der offenbare Hälfte. Ja, Ahlen. Jetzt lässt sich immer sehr viel Zeit momentan bei den Aktionen. Versucht da so ein bisschen Ruhe ins eigene Spiel zu bekommen. Hatte ja schon so ein, zwei etwas unübersichtliche Situationen. Im eigenen Strafraum zu überstehen. Und die Offenbarer jetzt lassen sie mal die Ahlener in der eigenen Hälfte sich dem Ball zuspielen. Schala geht da drauf. Und jetzt geht es so langsam über die Mittellinie. Der langer Ball rüber auf die rechte Außenbahn. Aber der ist zu lang. Und der ist zu lang. Und es gibt einen Wurf für den UFC. Und Ronny Marcos. Ronny Marcos ist da drüben beim Einwurf. Fast an der eigenen 16er Linie. Und dann soll er neu aufgebaut werden, aus der eigenen Hälfte heraus. Und das ist Pezzoni, der lange Schlags auf Golke gespielt. Und die beiden verstehen sich blind. Also der Junge und der in Anführungszeichen Alte. Ich will nicht sagen Alte. Es gibt ja nur gute und schlechte Fußballer. Und wir haben ja bekanntlich nur gute. Und Pezzoni, das ist einer, der besonders gut kicken kann. Auch wenn dieser Pass jetzt nicht wirklich von absoluter Präzession gesegnet war. So kommen die Alner ans Spielgerät. Spielen allerdings ihrer Seite nochmal ganz zurück. Ja, und dann will ich das auch nochmal sagen. Twitter, Snapchat, beziehungsweise Instagram und Facebook. Das sind unsere großen Kanäle, auf denen wir unterwegs sind. Der UFC immer super schnell mit allen aktuellen Informationen. Und Instagram, da sind wir jetzt bei über 7000 Abonnenten, die sich dort eingeschaltet haben. Und auch Twitter ist kurz vor der Schallmauer. Also geht zu Twitter. Da kriegt ihr die Kurznachrichten immer, aber auch immer, wenn irgendwas passiert ist. Wenn irgendwo vielleicht ein Papierkorb umgefallen ist. Das werdet ihr ganz schnell erfahren über Twitter. UFC offiziell. Da haben wir Twitter beworben. Und ich habe das eben schon mal gesagt. Der Kreuzbandriss im Training von Tom Schmidt. Das ist ein Stürmer. Also der kann jetzt hier nicht dabei sein. An dieser Stelle grüßen wir ihn und wünschen ihm gute Genesung. Ja, natürlich. Verletzungen wünscht man niemanden. Egal, ob bei der eigenen oder bei der gegnerischen Mannschaft. Und der hat, wie gesagt, nicht allzu viel verpasst. Mittelfeldgeplänkel. Ja, der hat den Schala ein bisschen festgehalten. Aber so schlimm war es dann doch nicht. Ja, Schala wird da ein bisschen gehalten. Ja, allein jetzt in der eigenen Hälfte im Ballbesitz ab. Ja, da schiebt den raus. Und dann geht es, oder soll es über die rechte Außenbahn gehen. Über Kamil Juminski, den kennt man ja auch noch. Der kam vom FSV, hat letztes Jahr beim FSV Frankfurt gespielt. Und dann geht es ganz zurück zu Daniel Bernhard. Ich habe das ja gesagt, wir wollen auch heute wieder Länderpunkte vergeben. Und jetzt habe ich gleich Doppeltländerpunkte. Rot-Weiße Grüße kommen nämlich vom Schiff irgendwo zwischen Danzig und Kopenhagen. Also Doppeltländerpunkte oder Seepunkt? Fragezeichen. Verfolge die Übertragung trotz bescheidenen Bordnets. Die Atmosphäre kommt aber sehr gut rüber. Macht die drei Punkte klar für den UFC, schreibt unser Kollege Frank Schröpel. Ist ja auch ein ganz verdienter Mitarbeiter in unserem Medienteam. Und er zeichnet auch für Twitter mitverantwortlich. Also herzliche Grüße aufs Schiff und Länderpunkte. Ja, was ist Danzig und Kopenhagen? Polen und Dänemark. Kopenhagen wäre Dänemark. Aber wie gesagt, wenn das Schiff sich in internationalen Gewässern befindet, wäre natürlich eine interessante Seerechtsfrage, die man jetzt klären müsste. Aber das lassen wir mal heute. Das ist nicht so wichtig, aber es ist ganz egal. Der Pole an sich und auch der Däne ist in der Regel Kickers-Fan. Ja, der Däne und der Pole, Sie mögen ja auch beide die Farbe Rot. Ja, auf jeden Fall. Das kommt natürlich zur Liebe vom Rufstedt. Aber jetzt Mike Vetter, der hat sich erstmal die Kugel geholt. Ei, 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 meine Herren. Und jetzt gibt es hier im Nachgang die Verletzungsunterbrechung. Ei, ei, ich weiß nicht, ich habe da nichts richtig gesehen. Aber er wälzt sich auf dem Boden. Und weil der sagt ihm hier das Nötige, dem Schiedsichter. Der sagt, da war doch gar nichts. Warum fliegt er denn am Boden? Was macht er denn da? Ja, und es geht um Gozon Sakai, der jetzt wieder topfit ist. Aber erst einmal unseren Angriff damit unterbunden hat. Also man kann sagen, schlau oder spielverderbar. Ja, kann sein, dass er dann Schlag in die Brust gekriegt hat. Und ja, da regen sich die allen Betreuer auch maßlos auf. Weil Mike Vetter natürlich im Rücken das nicht so wirklich gesehen hat. Und er erstmal weiterspielen wollte. Und wir sehen ja jetzt auch, dass es sich da um keine gravierende Verletzung gehandelt hat bei Sakai. Und vor allen Dingen jetzt gibt es Schiedsichter-Ball. Ja, Schiedsichter-Ball gibt es ja immer für die Mannschaft, die den Ballbesitz hatte. Also von daher viel Aufmerksamkeit. Ich sage nur, wenn es ein Foulspiel gewesen wäre. Es war aber kein Foulspiel. Eben, eben, eben. Es ist ja so, dass der Schiedsichter ja gehalten ist, bei Verletzungen gegebenenfalls das Spiel zu unterbrechen. Und das hat er halt jetzt gemacht. Ist ja nichts passiert. Viel Aufregung um nichts. Also diesen Verletzungsgedanken, den hatte er sehr, sehr, sehr exklusiv. Gozon Sakai, der Ahländer. Also jetzt der UFC vor der Waldemerkleintribüne. Die ist stimmgewaltig hier bei der Sache. Hier ist Ritchie Weil. Ja, schön erst mal die Seite gewechselt auf Goalke. Jetzt kommt der UFC mehr und mehr in die Hälfte der Ahlen. Allerdings dann der Ball ganz durchgesteckt bis zum Torhüter. Der muss natürlich allerdings jetzt viel Gas geben. Daniel Bernhard. Erst einmal die Kugel bis in den Mittelkreis gespielt. Und Weil versucht es dort. Ja, jetzt kommt dann der VfR noch einmal aus der zentralen Position. Wechselt hierherseits die Seite. Oh, da kommt er doch wieder ins zentrale Geläuf. Und dann geht es rechts raus. Also jetzt soll es schnell gehen. Ja, gut umgeschaltet. Jetzt sind sie schnell hier am Strafraum. Ja, na, aber dann ist dort erst einmal Kampagne. Er kann klären. Allerdings verliert er da den Ball. Die Ahländer zieht ab. Oh, gefährlich. Und er setzte noch auf. Auf dem nassem Geläuf. Das war die beste Möglichkeit bis jetzt. Und die war für den VfR Ahlen. Kam eigentlich fast aus dem Nichts. In der 14. Spielminute. Aber er war ganz, ganz schwer. Und Trabant, glaube ich, hat ihn noch zum Seiten ausgelenkt. Nein, nein. Er war abgefälschter Ball. Und das war auch das große Problem. Also abgefälschter Schuss und aufgesetzt auf dem nassen Boden. Und er zischt dann doch relativ knapp am rechten Torpfosten vorbei. Und jetzt gibt es den Eckball von der rechten Seite. Den ersten für den VfR Ahlen zum Tor hin. Er wird kurz ausgeführt. Dann hoch in Richtung Torwart. Oh, dann daneben gefaustet. Aber da kann Weil dann klären. Da behindern sich zwei Offenbacher Spieler. Da behindert ein Offenbacher Abwehrspieler unseren Torhüter. Das Rabant. Und er kommt mit dem Faust nicht an den Ball. Aber wie gesagt, Weil ist dann da und kann klären. Der OFC jetzt in der eigenen Hälfte wird früh angegriffen. Und es gibt einen Wurf für den OFC aus der eigenen Hälfte heraus. Ja, momentan das Spiel so relativ zerfahren. Der OFC hatte ja am Anfang so ein paar klare Bälle. Und jetzt momentan ist es so, dass die Ahlen dann auch sehr früh stören. Und der OFC so ein kleines bisschen diesen spielerischen Faden, den er am Anfang hatte, erst mal verloren hat. Aber jetzt erst mal in der eigenen Hälfte wieder um Ordnung bemüht. Pezzoni, Gurke. Wir müssen noch ein bisschen was zum Rahmen hier sagen. Und ja, die Sonne bretzelt und scheint natürlich nicht mehr. Aber es ist trotzdem brütend warm. Eine richtig ganz, ganz heiße Spüle Atmosphäre hier. Also wer weiß, wozu das noch führt. Aber wir schwitzen hier auf der Tribüne und schon richtig durch. Und die Spieler, denen geht es wahrscheinlich mindestens genauso. Aber schön geklärt von Gurke. Ganz so verraten wie ein Alter. Und dann versucht er, den Angriff einzuleiten. Mike Vetter wird geschickt. Und Schala mit großem Einsatz. Ja, der Ball ins Zeit und aus. Steuernagelsag, der ist für uns. Und der Schiri, der sieht das andersrum. Schala versteht es auch nicht. Aber es wird einen Wurf geben für den VfR Ahlen. So, da haben wir hier noch was. Ich grüße den Tom aus dem Block. Fünf und alle Kickers-Fans. Heute kommen meine Grüße von Mera Luna Festival in Hildesheim. Schreibt der Dennis Weber. Also haben wir hiermit ausgerichtet. Länderpunkte. Servus Lars. Servus Fanradio Team. Viele sonnige, warme Grüße aus Österreich. Bin leider noch auf der Arbeit und kann nicht beim Live-Spiel sein. Grüße gehen natürlich an alle Kickers-Nasen. Lass die Bude krachen rot und weiß ein Leben lang nur der OFC. Bis die Tage von Offenbach. Dennis schreibt das. Und babbelt uns das Runde ins Eckische. Also das war der Dennis Renner. Viele Tennisse heute sozusagen hier unterwegs. Und Länderpunkte nach Österreich. Da haben wir ja viele Stammhörer. Der Österreicher an sich ist ja sowieso Kickers-Fan. So, Vetter erst einmal. Ja, da hat er den Ball nicht behaupten können. So kommen die Ahlener. Aber wieder Gohlke dazwischen. Und jetzt Kampagna. Erst einmal der Ball ist ausgeschlagen. Zehn-Jarts-Raum-Gewinn. Shikora, der schickt sich an. Und das ist der Torschütze. The last minute, was sage ich, der last second Torschütze. Ja, hast du das Tor gesehen vorliegen? Ja, habe ich ihn noch im Stream gesehen. Ja, sowas könnte man natürlich heute auch brauchen wieder. Und der OFC jetzt in der Vorwärtsbewegung. Aber der Ball für Reinhardt dann doch ein bisschen zu weit. Und es geht hinten rum. Und der OFC jetzt in der Bundesliga. Und da ist ein bisschen zu weit. Und der OFC jetzt kommt ein weit zu spät. Und dann geht es weiter. Ja, also der Schiri, der pfeift hier aber auch wirklich alles ab. Also das ist schon ein bisschen merkwürdig. Und das erregt auch hier den Unmut der Zuschauer. Hier habe ich die Pretty Woman, die schreibt viel Erfolg zum Heimsieg. Die U19 ist Richtung Ingolstadt zum ersten Bundesligaspiel unterwegs. Vielleicht könnt ihr das erwähnen. Natürlich, unser ganzer Stolz auch. Die U19 hoffen wir, dass sie sich in der Bundesliga behaupten können. Die haben ja Sensationelles geleistet. Und wir wünschen unseren Jungs dort ganz, ganz, ganz viel Glück. Und dass sie dort eben bestehen bei den Schanzer in Ingolstadt. Liebe Grüße auch von der A1 bei Bremen Richtung Nordsee. An meine Schwester Katharina in Marburg. Wir sind schon seit fünf Stunden auf der Autobahn unterwegs. Aber lassen uns nicht nehmen, die Kickers zu hören. Rot-weiße Grüße, Johanna Wolf aus Itzstein. Also, auch das ausgerichtet. Und jetzt hier immer noch Verletzungsunterbrechung. Da arbeite ich das noch schnell ab. Die Firma Noll schreibt Grüße an Rezep. Markus Sebastian vom Nolle aus Mülheim. Auf zum dritten Sieg. Zusammen schaffen wir es. Kickers, das ist seine Botschaft. Und dann haben wir hier, ja, schreibt jemand, ich weiß nicht, ob das wirklich, ob das wirklich der richtige Rico Schmidt ist. Also hier schreibt Rico Schmidt, viel Erfolg für den UFC. Ja, was ist mit Lutz? Also das scheint schon ernst zu sein. Also lieber Rico, mein lieber Klasse, dass du da bist im Fanradio. Herzliche Grüße. Und wir denken auch gerne an dich. Es war auch eine geile Zeit. Wie man überhaupt sagen muss, hatten wir schon viele geile Trainer. Auch danach Olli. Und jetzt natürlich Stalin Steuernagel. Also Grüße zurück. Wahrscheinlich dann nach Chemnitz in die Heimat. Und ja, der Lutz, der hatte dann seinen Dienst quittiert. Das hat uns auch nicht gefallen. Aber ja, er ist dann eben ausgeschieden auf seinen eigenen Wunsch. Weil er sich da so ein bisschen gestritten hat mit dem Präsidenten damals, mit Helmut Spahn. Aber er ist wieder bei der Sache und malt auch schon wieder kräftig Bildchen und so weiter. Und wir telefonieren auch öfters. Also es ist alles okay. Aber er wollte nicht mehr weitermachen. Ja, hat uns auch nicht gefallen. So, jetzt geht es weiter hier allerdings mit Ahlen. Und nee, jetzt gibt es Freistoß für den UFC dort vorne. Aber da das Spiel wieder steht, mache ich das noch schnell. Henniger Tribüne, Block 7, sitzt Stefan Reiner. Und brüllt sich die Seele aus dem Leib. Grüßt ihn mal ganz lieb, nur der UFC. Dankeschön, liebe Grüße aus Oberösterreich, schreibt die Elfriede Nitsch. Also Österreich ist aber sehr, sehr massiv heute vertreten, oder? Jörg, jetzt kriegst du eine ganz einfache Aufgabe gestellt. Bubble, das Ding neu. Ja, es gibt den Freistoß Mitte der Aalener Hälfte von links. Richard Weil steht da mit dem rechten Fuß in Richtung Tor treten. Ja, kommt hoch Richtung Tor. Ah, und dann mit der Faust geklärt zum ersten Eckball. Ja, der gut gemacht, der Daniel Bernhard. Ganz klarer Fall. Da muss er auf Nummer sicher gehen. Und den Ball einfach mal wegfausten. Und das ist ihm gelungen. Und so kann es jetzt erst einmal weitergehen beim Stande vom 0 zu 0. Und der UFC mit dem Eckball von der rechten Seite. Ja, Richie Weil, der legt sich die Kugel hin. Einer der erfahrensten. Der Käpt'n des Teams hier. Der läuft jetzt gleich an. Und da hinten, da trommeln sie mächtig und klatschen. Die Hände sind hoch. Und jetzt kommt der Ball auch hoch reingeflogen. Auf dem F-Meter-Punkt allerdings das erste Mal geklärt. Auf Seiten der Aalener. Hier, da jetzt gerade 20,5 Minuten gespielt sind. Und es immer noch 0 zu 0 steht. Schikora mit der Brust angenommen. Erstmal abgelegt. Auf Kampagna. Dann geht das Pällchen zurück. Und dann ganz zurück auf Vetter. Und dann ganz zurück auf Dominik Trabant. Und seine Mama, die ist an dieser Stelle auch ganz herzlich gegrüßt. Denn, weißt du was? Sie ist Fanradio-Unterstützer. Ja, wahnsinn. Super. Ja. Freuen wir uns. An dieser Stelle danke Mama. Äh, Trabant. So, ja, der UFC sucht momentan so nach vorne die Anspielstationen. Der Aalener da sehr kompakt in der eigenen Hälfte momentan. Mit zwei Viererketten im Prinzip stehen. Jetzt rausgespielt auf Schikora. Schikora weiterregt direkt auf Vetter. Vetter hat drei Leute heraussteigen lassen. Aber ohne Größe und Raumgewinn. Jetzt rausgespielt. Auf, da kommt die Flanke. Kopfball! Aber was für eine geile Aktion eingeleitet von Mike Vetter. Und dann lief das Bällchen über drei, vier Stationen. Hackendreck. Und auf die Außen, dann hinten reingeflankt. Kopfball Schala. Also, das sah doch richtig schmuck aus, oder? Ja, eine gute Angriffsaktion jetzt mal über die linke Seite. Da ging es schnell. Und dann die Flanke rein. Und dann kann Schala mit dem Kopf abschließen. Aber Ball geht am Tor vorbei. Jetzt zusammenprall. Im Mittelfeld zwischen Bolke auf Offenbacher Seite. Ja, wer es von Aalen ist, kann ich nicht sehen. Aber der Gerrit ist schon wieder auf allen Vieren. Da scheint es nicht so schlimm zu sein. Ja, Gerrit steht schon wieder. Aber der hat es da ein bisschen vorne an die Stirn gekriegt. Da ist der Kopf ja zum Glück relativ hart. Ich hoffe, dass er da einfach mit einer Beule davongekommen ist. Der Aalener Spieler liegt noch. Und der Aalener Spieler liegt noch. Er hört nur, was hier los ist. Das OFC-Echo. Der Wechselgesang. Der Aalener Schüler ist noch nicht so schlimm. Der Aalener Spieler ist noch nicht so schlimm. Zabletal, Zabletal. Also ganz viele Dänise unterwegs in allen Ländern. Wie gesagt, jetzt Kroatien eben. Und hier heißt es nochmal rot-weiße-Grüße von der A3. Klasse-Euro-Übertragung, da bleibt man immer auf dem aktuellen Stand. Die Punkte bleiben heute in Offenbach. Und ich kündige schon mal ein Tor von Moritz an. Für die 39. Minute schreibt Niklas Langgut. Also da hat er schon ein Tor angekündigt. Und jetzt geht es hier gleich weiter. Aber das machen wir noch schnell. Hallo ihr zwei, ich wollte gerade mal dabei sein. Ich habe die Arbeit hier eingestellt. Ich werde das heute noch machen. Ich bin sicher, das wird die Tabellenführung. Herzlichst, euer PIN-Pot. Also Grüße aus Frangen. Also Länderpunkte auch nach Frangen. Da ist er mit dabei. So, und jetzt erst einmal Arlen. Die sind dabei, hier den Ball zu behaupten. Aber ja, ja, da ich es sage, strafe ich mich lügen. Der OFC ist schon wieder schnell hier dabei. Ja, da kann im Rückwärtsgang Moritz den Ball nicht richtig behaupten. Und sie geht erstmal in die Reihen der Schwarz-Weißen über. Aber schön aufgepasst. Von Pezzoni dazwischen gegangen. Oh, und jetzt liegt wieder einer da. Also jetzt ist nicht mehr lustig. Die liegen ja nur noch am Boden. Meine Herren. Es ist doch nicht so, dass wir jetzt in der 80. Minute sind. Und das 0 zu 0 über die Zeit bringen. Also wirklich. Und jetzt hat er ganz schnell ausgeführt hier. Zu schnell für den Schiri. Also was soll das? Was soll das? Was sind das für Tricks hier? Meine Herren. Die liegen ja mehr am Boden, als dass sie auf dem Spielfeld rumlaufen. Also. Gut. Das hatten wir schon ausgerichtet. Ja, und die Zuschauer, die sind wenig amused, was das Fallobst angeht hier. Und jetzt wollen wir mal schauen. Ja, hier gibt es auch noch hier an der Außenlinie ein paar Besprechungen zwischen Linienrichter und Teammanager. Weiß nicht, was da zu diskutieren gibt. Allen hinten rausspielend. Nochmal ganz zurück. Unter dem Pfeif-Konzert der 8000 Offenbacher. Jetzt erstmal weit nach vorne abgeschlagen. Über 35, 40 Meter. Aber da ist Richie Weil. Der macht erst einmal da den Laufweg zu. Und dann Pezzoni dazwischen. Ja, und da musste man Freistoß geben. Das macht er jetzt auch. Denn da wurde er schon mächtig getackelt. Also wir halten fest. 25 Minuten gespielt. Einen große Chance gab es für Ahlen, der Aufsetzer. Und er steht nach wie vor 0 zu 0. Unterm Strich geht das in Ordnung. Aber die Aalner, sie hatten die einzige richtige Chance. Ja, gut. Auf der anderen Seite hatten wir ja noch den Kopfball von Schala. Das würde ich auch schon als eine Chance bezeichnen. Sicherlich keine hundertprozentige. Aber du hast recht, Lars. Das 0-0 geht völlig in Ordnung. Jetzt wird Gurke da gefault. Ja gut, das ist jetzt natürlich gut, dass der Schiri alles pfeift. Ach so, der pfeift für Ahlen sogar. Nein, nein, nein. Es sah so aus, ob Gurke den Ball vertändelt hätte. Aber er wurde ja auch festgehalten dabei. Und dann konnte er natürlich nicht hinterher gehen. Das ist schon in Ordnung, der Freistoß da. Gurke ist festgehalten worden von Vastic oder von Dobros. Ich habe es jetzt nicht ganz genau gesehen. Vastic war übrigens auch der Spieler, der vorhin da angeschlagen behandelt wurde. Inzwischen aber auch wieder mit dabei. Und ja, der UFC muss jetzt einfach mal versuchen, ein bisschen Struktur ins Spiel zu bekommen. Und die lassen sich da von dem etwas chaotischen Spiel der Ahlen zu sehr anstecken. Und sind noch nicht so richtig in ihrem eigenen Spiel drin. Ahlen versucht da auch teilweise früh anzugreifen. Und der UFC sucht noch nach der passenden Lücke, um da jetzt die eigenen Offensivaktionen starten zu können. Jetzt ist es Kampagna, der den Ball nach vorne treibt, der wieder so ein bisschen wie in der Libero-Position da steht. Und dann Pizzoli gezwungen, schnell nach vorne zu spielen. Aber der Ball dann gleich wieder weg. Und Kevin Hoffmann ist es im Zentrum, der dann über die rechte Seite der Ahlen versucht, Ahlen wieder ins Spiel zu bringen. Die Ahlen, naja, sie warten hier so ein bisschen auf die Fehlpässe. Und jetzt ja, langer Versuch, aber ins Nichts. Ja, Sikora hat damit keine Mühe, den Ball aufzunehmen. So, und ich habe hier noch was. Danke für die super Übertragung. Babbel den Ball ins Tor. Und macht die drei Punkte klar. Viele Grüße aus Berlin. Vom Spritzer, das du mag. Süß, so heißt er. Und Grüße kommen auch aus Nordhessen. Mal sehen, was ist jetzt hier. Erstmal hier das. Rot-weiße Grüße aus dem verregnenden Saison in Vietnam. Grüße an alle Kickers-Fans. Und drei Punkte, Nick und Sabrina. Ich glaube, in Vietnam ist doch auch immer so schwül, ne? Also wir haben ja auch ein bisschen Vietnam, oder? Ja, es ist Regenzeit in Vietnam hier sozusagen. So sieht das fast hier aus, das stimmt. Ich glaube, da ist es noch ein paar Grad wärmer als hier. Kann gar nicht sein. Kann gar nicht sein. So, also noch mal Grüße aus Österreich in Neukirchen am Groß-Venediger. Und natürlich drei Punkte von Jochen Null. Also die Österreicher führen hier die Länderpunktreihe ganz klar an. Ist ja logisch, bei dieser Flagge in Rot-Weiß muss ja Österreich vorne sein. Ja, ist ja auch noch Urlaubszeit. Und August in den Bergen ist ja immer schön. Auf jeden Fall. Und schön ist auch, dass der UFC jetzt das Bällchen hat. Und er versucht durchzustecken. Mike Vetter auf Schikorra. Der geht jetzt erst einmal. Ah, jetzt muss die Flanke in die Mitte reinkommen. Ah, das war noch mal ein Angriff. Und jetzt vielleicht Nachschuss. Der zweite Ball, der dritte Ball. Jetzt schauen wir. In die Mitte rein auf Schala. Und Hand, Hand, Hand! Meine Herren! Auf dem Elfmeterpunkt nimmt er den Ball mit der Hand. Meine Herren! Das war doch mal eine richtig gut rausgespielte Möglichkeit. Hallo Lars, hallo Jörg! Danke euch! Und endlich kann ich hier im Exil meine Kickers verfolgen. Und hoffe auf einen Sieg vor so geiler Kulisse. Viele Grüße an meine Kumpels, die vor Ort sind. Und wir sehen uns dann beim nächsten Dreier in Balingen. Nur der UFC schreibt Manuel Hualde. Ein ganz verdienter langjähriger Unterstützer. Und bei ihm müsst ihr auch mal reinschauen. Er hat was ganz Tolles. Kein Sexshop. Nein, nein. Ein Seeshop. Da könnt ihr Brillen kaufen. Und zwar online. Also das ist unglaublich. Da könnt ihr euer Bild irgendwie reintun. Und dann könnt ihr sämtliche Brillen ausprobieren. Also das ist der Brillenversand schlechthin. Unsere Brillen, die wir haben im Fanradio-Team von Stefan, von mir usw. sind natürlich auch von Manuel Hualde, unserem tollen, treuen Unterstützer. Und für den müssen wir auch schon auf jeden Fall ein Türchen reinpabbeln. Jetzt allerdings müssen wir erst mal ein Türchen verteidigen. Denn da kommt die anderen. Schnell durchs Mittelfeld. Und rechts gut geklärt. Pezzoni sauber abgelaufen, sauber abgelaufen. Der Fußtagfuß war es, der da gut aufgepasst hatte. Der schnell mit nach hinten gegangen ist und da erklären konnte. Und jetzt gibt es Freistoß. Mitte der offenbare Hälfte. Reinhardt, dann geht es raus. Wieder über Chicora, rechte Seite. Ah, der hat jetzt erst mal keine Anspielstation. Muss über Goelke zurückspielen. Hintenrum geht es dann wieder. Pezzoni drüben. Ah, der hat jetzt ein bisschen Platz. Weil kommt zurück, kriegt den Ball. Hat aber jetzt auch nicht wirklich Luft nach vorne. Lässt sich jetzt auch so ein bisschen zwischen den Innenverteidiger fallen. Spielt dann raus auf Markus. Wird der Brust angenommen. Ah, muss jetzt dann wieder abstoppen. Dann geht es lang nach vorne auf Mike Vetter. Ah, kriegt er den. Da versucht er den Heber. Aber der ist dann doch einiges zu hoch. Naja, aber immerhin. Guter Versuch. Ganz klar. Der Ball kam von Markus. Und vollstrecken wollte dort mit dem Heber Mike Vetter. So, da habe ich noch was. Grüße von Reinhardt Ulrike aus Heusenstamm an Christian Glasen. Der heute den großen Venediger erklommen hat. Und von dort Fanradio hört. An Matthias Glasen und Julio. Die das Spiel in Winzen, Norddeutschland verfolgen. Werden und so wenig beim Spiel dabei sein können. Also das schreibt die Ulrike Glasen. Und die Gerlinde Hübel natürlich. Die darf nicht fehlen. Mit ihren rot-weißen Grüßen. Wie immer aus Österreich wappelt ja die drei Punkte rein. Also seid empfänglich. Stimmt. Wir haben unsere Empfänglichkeit noch nicht bekundet. Und wir sind empfänglich. Aber jetzt aufpassen. Jetzt kommen erst mal die Aalner. Da sind wir überhaupt nicht empfänglich. Denn das muss erst einmal verteidigt werden. Gut verteidigt. Hinten. Amos Marcos Klärdauf. Kostet eine Ecke von der rechten Seite. Ganz liebe Geburtstagsgrüße an unseren Tux. Und natürlich an alle Kickers Nasen. Schreibt die Gerli nochmal. Ja und dem tuxi Baby. Dem gratulieren wir an dieser Stelle auch nochmal. Unser toller, treuer Fotograf. Seine Seite heißt Super Kickers Offenbach. Da müsst ihr mal reinschauen. Alles, alles, alles im Bild festgehalten. Jetzt Aalner. Ja begleitet sind sie davon. Zwischen 50 und 100 Fans. Jetzt kommt da ein kleiner Bus. Jetzt kommt ein Bus. Guck mal. Das ist ein ganzer Fanbus. Die waren anscheinend lange auf der Autobahn unterwegs. Freitagsabends ist ja klar. Und dann waren sie eben auch noch im Regen. Eine halbe Stunde zu spät, kommt es zu einem Auswärtsspiel. Wurde eh dreieinhalb Stunden. Wir werden jetzt auch von offenen Fans begrüßt. Hurra, das ganze Dorf ist da. Ja, sehr charmant. Gut, zurück zum Spiel. Auf 10 in der eigenen Hälfte. Schikora rechts. Geht dann wieder nach hinten. Wie gesagt, das ist so diese Suche nach der Lücke. Die Viererkette, die steht da relativ hoch. Die schiebt da Richtung Mittellinie fast schon. Und vorne laufen sie dann mit drei Leuten die Offenbarer an. Und da hat man noch nicht so wirklich das Rezept im Aufbauspiel gefunden. Wobei es die letzten Minuten ein bisschen besser war. Da haben wir dann doch uns so zwei, drei halbe Chancen mal herausgeholt. Jetzt langer Ball. Und da kommt aber Duckworth nicht ran. Und wieder Kampf und Krampf im Mittelfeld momentan. Und dann der Ball ins Nichts. Vom Goroson Sakai vom Japaner. Und was ist jetzt? Ach Gottchen. Ja, jetzt gibt es hier. Jetzt eskaliert es langsam. Also wirklich nichts Böses. Da hat der Gurke. Was war da genau? Ja, Gurke hat halt den Körper. Natürlich dazwischengestellt. Wollte natürlich den Ball frei blocken. Und der Ahlener Spieler völlig übermotiviert. Er rennt wie ein Bekloppter da auf den Gurke drauf. Ich weiß nicht, was er da sich mit versprochen hat. Und knallt natürlich dann gegen die Bande. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich zwei Meter vor der Bande wie ein Verrückter da hinrenne, wo der Offenbacher Spieler ganz klar den eigenen Ball abschirmt. Dann kann das passieren. Jetzt sind wir mal gespannt, was der Schiri davon hält. Und er muss auf jeden Fall ausgewechselt werden. Und er hat sich wehgetan. Da wird er hier behandelt vom Rettungsdienst. Wünschen wir auch ihm gute Besserung. Aber, 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 selbst ein bisschen verschuldet. Ganz klarer Fall. Ich habe da nichts Ungewöhnliches gesehen. Dass die Spieler vor der Auslinie den Ball abschirmen. Das ist, das passiert hundertmal an jedem Spieltag. Das ist eine ganz normale Geschichte. Und, ähm, weiß ich. Was macht denn der Ahlener Torwart überhaupt dort? Guck mal, der Ahlener Torwart ist ganz vorne an unserem Strafraum. Einer ja gut, trotzdem. Ja. Aber warten wir es mal ab. Da waren die Sanitäter natürlich jetzt auch direkt griffbereit. Also ich bin immer noch ein bisschen optimistisch, dass da jetzt nicht wirklich irgendwas Ernsthaftes passiert ist. Ich hoffe es noch. Aber jetzt scheinen sie doch auf der, auf der, auf die Trage zu legen. Oder, oder, ich kann es nicht sehen. Da ist die Bande dazwischen. Aber, wie gesagt, ich sage es nochmal, das war eine Aktion, die, ähm, jeden Spieltag hundertmal passiert. Ähm, ich kann da dem Gerrit Gurke keine, keine Schuld zuweisen. Ähm, ich kann da dem Gerrit Gurke keine, keine Schuld zuweisen. Er ist ja auch ein ganz fairer Sportsmann. Äh, klar, der stellt natürlich den Körper rein. Aber, da kann man ihm keinen Vorwurf machen. So, jetzt habe ich hier liebe Grüße vom südlichsten aller Bundesländer. In, äh, lasst die drei Punkte offen. Bärsch, rot-weiße Grüße aus Mallorca. Dumme und Tomek schreiben das. Also, das ist Dominik Hildebrandt. Und an dieser Stelle auch ganz herzliche Grüße an mein Töchterchen Annika. Und die natürlich jetzt auch im UFC Fanradio dabei ist, wenn sie eben unterwegs ist. Also, jetzt, äh, ja, jetzt holt er sich hier die Spieler nochmal zu sich. Ich denke, es wird zwei gelbe Karten. Wird auch von den Ahlen eine gelbe Karte geben. Und, und, und Gurgel auch wahrscheinlich. Ja, Gurgel auch, weil da war auch ein Ahlener, äh, übergriffig, mit der, mit der Hand da im, im Gesicht oder im, auf der Brust von einem offenbarer Spieler. Da soll bloß keine Faxen machen jetzt. Ich denke, es wird zwei gelbe Karten geben. Und dann, äh, ist die Sache gegessen. Ja, da ist, äh, Dion Dranjai dabei. Oh ja, aber da, ja, das ist die Schulter scheint es zu sein. Ja, ja. Die Schulter scheint es zu sein. Er scheint mit der Schulter, äh, gegen, gegen die Wande geknallt zu sein. Ja. Kampagna kriegt auch noch gelb. Kampagna gelb. Das ist abstrus. Also jetzt, er, er war von der ersten Minute an unsicher. Hat hier sehr, sehr schwierig und schlecht gepfiffen, alles Mögliche unterbunden. Und jetzt muss Gurgel gehen. Er versteht's nicht. Er versteht's nicht. Und jetzt wird er hier in Empfang genommen hier unten. Donnerschlag. Das glaube ich einfach nicht. Also der OFC jetzt in Unterzahl. Und die Aalner, die haben jetzt, ja, auf 100 Fans aufgeschlossen. Also, die haben sich eben auch schon mal lautstark bemerkbar gemacht. Aber das ist natürlich saudumm jetzt, dass der OFC jetzt in Unterzahl agieren muss. Mein lieber Mann, der Schiri ist voll drauf reingefallen. Abstruse Entscheidung kann ich da nur sagen. Also, kann ich null nachvollziehen. Klar, der Aalner Spieler verletzt sich. Das ist extrem unglücklich. Und das ist extrem bedauerlich. Aber, wie gesagt, er ist da doch irgendwo... Jetzt aufpassen. Jetzt kommt der Freistoß für Aalen. Und jetzt bloß aufpassen, bloß aufpassen, dass jetzt nichts hier passiert. Eieiei, ist das doof. Meine Herren. Da hat der OFC sich gerade so richtig schön ins Spiel gekämpft. Und dann sowas. Jetzt Aalen mit dem Freistoß. Vorne rein. Kopfball. Immer noch nicht rausgeschlagen. Jetzt muss aber weg. Mike Vetter wird jetzt hier. Natürlich, meine Herren. Nein, das gibt es doch nicht! Mensch, was sind denn das für Leute hier? Also, da lässt er sich wieder fallen. Hier der Kollege mit der 9,10. Metziri Mergim. Donnerschlag. Also wirklich. Die ganze Zeit wälscht sie sich auf den Boden rum. Und dann fällt das schon hin hier, bevor überhaupt jemand kommt. Donnerschlag. Was für eine Truppe, haben wir lange nicht mehr gesehen, sowas. Entsprechend hitzig ist hier die Atmosphäre. Schala, der sagt ihm ja auch, was machst du hier eigentlich, du Schauspieler. Das könnte die Worte von Schala gewesen sein. Unglaublich. Ja, und es ist ja logisch, wenn der Scheri drauf reinfällt, dann fühlt man sich bestätigt, dann macht man diese Kaspar Theater. Also der UFC, der muss sich was einfallen lassen. Mit einem Mann weniger auf dem Feld. Also da muss jetzt gekämpft und gekämpft und gekämpft werden. Aber das können wir ja und das wollen wir. Ja, das ist natürlich extrem unglücklich, wenn dann durch so eine Fehlentscheidung ein Spiel in der 37, 36, 35. Minute so beeinflusst wird. Das ist schon extrem unglücklich. Und jetzt ist Schluss mit Lust nicht. Meine Herren, was ist denn das für eine Truppe hier? Das gibt es doch gar nicht. Jetzt stehen hier alle auf der Haupttribüne. Also so eine Holzfäller-Truppe haben wir lange nicht mehr gesehen. Meine Herren, habt ihr eigentlich immer als sehr sympathischen Verein in Erinnerung. Aber heute, ich weiß nicht, was mit denen los ist, haben sich anstecken lassen vom Schiri. Und wir haben auch jetzt hier gerade mal ein paar Kommentare bekommen von einigen Schiedsrichtern. Also hier ist Schiedsrichterbeauftragte und so weiter. Die sagen, es ist ein Witz. Kann gar nicht sein. Also kriege ich gerade hier die Meldung. Aus berufenem Munde. Wie gesagt, Schiedsrichter sind sich hier einig, dass das hier überhaupt nicht sein kann, vollkommen einseitig ist. Und ich hoffe, er ist, ja, kitzelt bei mir. Da liegt schon wieder einer. Ei, 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 ei. Meine Herren, also, das ist nicht mehr lustig. Ei, da hat er sich ein Aua geholt. Nee, 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 nee. Also wirklich, wieder muss die medizinische Abteilung aufs Feld. Ich verstehe es nicht mehr. Und der Himmel weint über Offenbach. Er weint, es regnet in Strömen. Und jetzt kommt die medizinische Abteilung der Offenbacher und behandelt den Ahlener. Also die haben hier von der ersten Minute alles versucht, um den Spielfluss zu unterbinden. Ging natürlich wieder Platzwahl los. Wer will es Ihnen verdenken? Aber dann ständig aufs Feld geworfen. Und jetzt ständig hier diese Geschichtchen. Ich verstehe es nicht. Oh, der muss natürlich jetzt hier runtergetragen werden. Also das Spiel lief ja gar nicht, als der dort vorne hinfiel. Das scheint, also ich vermute, ich habe es auch nicht gesehen. Aber es passiert ja, dass man einfach umknickt. Und ich glaube, da hat sich jetzt wirklich da wehgetan. Weil selbst die Offenbacher Spieler haben Auswechseln angezeigt. Also da scheint es wirklich gewesen zu sein. Aber die Ahlener völlig, völlig überdreht hier irgendwie momentan deine letzten zehn Minuten, als ob sie völlig durchgeknallt wären. Völlig übermotiviert. Und na ja, nee, da hat sich das tatsächlich wehgetan. Aber, ähm... Jetzt hat natürlich auch durch jetzt diese Fehlentscheidung da extrem Unruhe ins Spiel gebracht. Aber, aber, aber es gibt Freistoß für den UFC jetzt. Und alles, alles, alles hält sich jetzt in der Ahlen der Hälfte auf. Und jetzt hoffen wir, jetzt bangen wir. Und die Fans, die singen sich hier in strömenden Regen, in Bibers Nachthimmel hier richtig ein. Also, Dackfuss beim Freistoß. Beim Freistoß. Meine Herren, jetzt wird nochmal gewechselt. Das gibt es nicht. Die tun alles, 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 um den Spielfluss hier zu unterbinden. Und also hier auch auf der Haupttribüne ist hoche explosive Stimmung. Meine Herren, das haben wir lange nicht mehr gesehen. Lange, lange nicht mehr. Ja, also wird jetzt nochmal ausgewechselt. Jetzt kommt der Kollege, äh, Michael Senger noch ins Spiel. Und immer noch kann der Freistoß nicht ausgeführt werden. Dackfuss, der steht dort auf der rechten Seite. Und alle stehen sie dort am oder kurz vorm Strafraum der Ahlener. Auch Kampagne, der kapiert das nicht. Der will es nicht wahrhaben, was hier los ist. Diskutiert dort mit seinem Gegenspieler. Aber jetzt ist er dann freigegeben im strömenden Regen. Dackfuss mit der Flanke vorne rein. Kopfball! Ah! Ein Freund und Feind vorbei. Donnerschlag! Das war die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich. Und das ist auch ein bisschen, ein bisschen zur Führung. Ich bin schon ganz durcheinander. Zwei, drei Offenbacher-Spieler an diesem scharf getretenen Freistoß von Dackfuss vorbei. Fällt sich schon fast wie ein Rückstand an, wenn man das hier sieht, wie wir hier, naja, ich sag mal behandelt werden. Aber gut, strömt in der Regen. Die Spieler sehen fast nichts mehr. Also hier kommt ganz schön was runter. Der Schiedsrichter hat sich auch mit den Fählernstern Der OFC hat jetzt ein bisschen umgestellt. Er hat zurück in die Viererkette gegangen. Mit der Kampagne nur noch ein zentraler Sechser. Aber es machen sich auch drei Offenbacher warm. Es könnte zur Pause gewechselt werden. Ball im Aus, Einwurf. Der Schiedsrichter hat durch diese Fehlernstellung Er hat extrem Unruhe ins Spiel gebracht. Er hat für mich ein bisschen unsicher gewirkt. Als ob er mit der Atmosphäre überfordert ist. Dann kommt es zu solchen Fehlentscheidungen. Der OFC in der eigenen Hälfte. Er hat zurückgespielt auf Drabant. Der rüber zu Ronny Markus. Und er hat dann lang auf Dackfuß. Und versucht dann nach vorne zu spielen. Aber erst mal der Rücken von Reiner dazwischen. Kampagne wird gefoult. Also da liegt der Neudern Offenbacher. Kampagne wälzt sich. Wenn das so weiter geht, dann spielen die Ahlener das auch nicht zu Elf zu Ende. Aber es ist ja überhaupt gar kein Spielfluss drin. Da wird ja alles unterbunden. Das hat mit Fußball gar nichts zu tun. Was hier, ja, in Anführungszeichen zelebriert wird. Aber Freistoß wird es geben für den OFC. 40 Meter diagonal noch zum Tor. Nicht weit vom Mittelkreis entfernt. Da kommt er jetzt reingeflogen. Vorne rein. Aber dann ist er vorbei an Freund und Feind. Geht hinten ins Fangnetz. Und so bleibt es beim 0 zu 0. Kurz vor der Halbzeit. Aber hier muss noch einiges draufgegeben werden. Aber hört nur, was hier los ist. Ja, all den Fans macht es. Ja, ich will nicht sagen Spaß. Aber es ist die Trotzreaktion, ganz klar. Hier steht man zusammen. Denn das ist schon wirklich, naja, so dass man es eigentlich nur gemeinsam schaffen kann. Denn hier läuft erst einmal alles erst einmal gegen uns. Auch ich grüße aus Berlin City den David Bayer und den Flo Wenz, die gerade noch gemeinsam ihre Flitterwochen auf einer Kreuzfahrt verbringen. Und hier auch zuhören. Alles Gute für euch. Ja, und das Mail haben wir eben auch jetzt hier mit verlesen. Und hier geht es weiter. Weiter geht es mit Ahlen. Noch in der eigenen Hälfte. Das Bällchen läuft natürlich nicht so richtig. Bei der Nässe. Jetzt ist er versprungen. Ausgepfiffen hat er. Abseits, abseits. Fahne war trüben oben. Genau. Und ich gebe den Freistoß aus der Offenbacher Elfte. Ja, vielleicht tun die Ahlen jetzt ein bisschen mehr aufmachen. Was natürlich Räume für uns bedeuten würde, muss man mal schauen. Ist ja durchaus so, dass man zu zehnt auch ein Spiel noch gewinnen kann. Haben wir ja oft genug erlebt, dass zehn Leute manchmal besser als elf spielen. Aber ist natürlich dann schon eine blöde Sache, wenn du da fast 60 Minuten mit einem Mann weniger auskommen musst. Oder weil verspringt ihm der Ball. Dobros da versucht. Aber da kommt er nicht. Die Flanke ist viel zu lang. Und geht drüben ins Aus. Und ja, das war nichts bis gar nichts. Also offiziell sind wir natürlich schon in der Nachspielzeit. Und er zeigt auch an. Was zeigt er an? Vier Minuten, drei Minuten. Er hat drei oder vier Finger hochgehoben. Also muss er auch nachgeben. Jetzt ganz klar drauflegen. Denn da gab es ja viele, viele Unterbrechungen. Das war ja die Taktik des VfL. Hier ein ums andere Mal für Unterbrechung zu sorgen. Und so lagen sie ständig auf dem Feld. Also weiter geht's. Und jetzt wird erst einmal zurückgespielt. Ganz zum eigenen Torhüter Daniel Bernhardt. Ja, weiß nicht. Ob sie überhaupt versuchen nochmal einen ernsthaften Konter oder einen Angriff zu fahren. Aha. Denn die Taktik, die geht ja bisher ja auf. Und der OFC dezimiert mit neun Feldspielern jetzt unterwegs. Nachdem Gohlke vorm Platz mit Rot gehen musste. Das haben wir nicht verstanden. Das haben die Zuschauer nicht verstanden. Der stand natürlich da. Und sein Gegenspieler kam förmlich in ihn reingerannt. Naja, so kann's gehen. Und irgendwie hat man so den Eindruck, die Aalner sind erstmal zufrieden. Taktik aufgegangen. Wir haben den OFC dezimiert. Wir haben sie ein bisschen deprimiert. Aber sie wollen so in die Halbzeit gehen. Aber jetzt nochmal die Chance. Und Trabant ist raus. Hat die Kugel aufgenommen. Naja, da muss man echt dankbar sein für jeden Ball, den er so aufnehmen kann. Weil das ganz, ganz gefährlich ist auf dem klitschigen Geläuf. Ja, es regnet eigentlich seit Beginn des Spiels. Und jetzt seit einer Viertelstunde auch sehr stark. Und da macht das natürlich das Fußballspielen schwierig. Weil es rutschig wird. Weil es nass wird. Abduckfuß da, gut aufgepasst, läuft da den Aalner ab. Muss dann aber erstmal abstoppen. Versuchts dann lang nach vorne auf Schala. Der kommt nicht an der Ball. Und der Aalner an der Mittellinie. Im Ballbesitz. Lang dann in Richtung Offenbarer Strafraum. Weil, hat er aufgepasst. Pezzoni lang nach vorne gespielt. Und die Stimmung, sie ist da. Während die Aalners dann nochmal versuchen. Versuchen. An der Mittellinie ihrerseits. Und haben da aber auch keinen Platz. Haben da keine Lucken. Der Siri muss dann zurückspielen. Ab Jahr. Die wollen nicht mehr. Die wollen nicht mehr. Die sind zufrieden. Das hat alles funktioniert. Der OFC ist dezimiert. Und dann spielt man irgendwann mal vielleicht einen langen Ball. Aber meistens spielen sie hier zurück oder quer. Also die haben erst einmal taktisch alles in Anführungszeichen richtig gemacht. Naja. Also das ist schon ein bisschen frustrierend. Wenn man das sieht. Wie der OFC gespielt hat. Und dann wird hier alles aber auch alles zerstört. Aber gut. Noch steht es 0 zu 0. Auch wenn es sich anfühlt wie ein Rückstand. Und durch den Platzverweis habe ich vorhin ja wirklich sogar so empfunden. Als ob man sogar in Rückstand geraten wäre. Aber es steht Gott sei Dank noch 0 zu 0. Jetzt versuchen sie es mal. Aber dann einfach mal ins Gebälk. Und dann ist hier noch ein Angriff für den OFC. Und dann ist hier endgültig Schluss in den ersten 45 Minuten. Lange Nachspielzeit. Viele, viele Unterbrechungen. Ne, also viel Fußball haben wir nicht gesehen. Ne, viel Fußball haben wir nicht gesehen. Viel Chaos haben wir gesehen. Wir haben übermotivierte Ahlener gesehen. Die da teilweise doch ein bisschen daneben gelegen haben. Mit dem was sie gemacht haben. Und wir haben den OFC gesehen. Der halt jetzt lange Zeit nicht so wirklich ein Rezept gefunden hat. Ein ausgeglichenes Spiel. Und dann, wie gesagt, diese aus meiner Sicht abstruse Schiedsrichterentscheidung. Also wenn das rot war, dann musst du jeden Spieltag 20 Leute vom Platz. Der Steuernagel tobt auch dort unten. Aber wie gesagt, ich lasse mich gerne belehren dann noch. Wenn das wirklich rot war. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht abstrus. Jetzt ist Halbzeit. Und die Pfiffe gelten natürlich nicht dem OFC. Sondern dem Schiri und den Ahlenern. Die hier Merkwürdiges geleistet haben. Viele Grüße. Komm noch mal aus Uganda. Hol die drei Punkte. Und wir sitzen hier und fiebern mit. Rot-weiße Grüße. Schreibt der Michael Otte. Damit wollen wir es belassen. Wir geben ab in die Halbzeit. Und sind dann gleich wieder für euch da. In Halbzeit Nummer 2. So, dann sind wir wieder da. Jetzt geht es hier gleich weiter in der zweiten Halbzeit. Die Mannschaften, die sind schon wieder da. Die OFC-Spieler, die sind noch mal im Kreis zusammen. Die Ahlener, die wollen am liebsten schon wieder anstoßen. Max Beckmann schreibt noch, heute hol der OFC drei Punkte. Schöne rot-weiße Grüße aus der verregneten Bad Zwesten in der Altenheimat. Nach Offenbach. Was braucht man? Die Wasserschlacht von Frankfurt. Wir haben die Wasserschlacht von Offenbach. Mein Tipp 1 zu 0. Für so eine OFC in der 90. Minute. Rot-weiße Grüße. Wie gesagt, aus Zwesten von Max. Und dann haben wir den Matthias Linkos. Der schreibt gegen 12 Uhr. Nein, gegen 12. Also 11 plus Schiri haben wir doch schon immer gewonnen. Das ist doch nichts Neues. Hol die drei Punkte. Denn es sein muss auch mit der Brechstange. Jetzt geht es erst mal weiter. Ja, jetzt geht es weiter hier tatsächlich. Heute hört sogar mal meine Tochter mit. War auch schon ein paar Mal mit auf dem Berg. Ich würde gerne mal wieder hin. Liebe Grüße auch an alle Kickersnasen. Von der Ex-Lammer-Spielerin Matthias und Larissa. Nur der UFC auch hier. Also guten Morgen aus Kanada. Ländepunkte nach Kanada. Also alle Kontinente sind heute wieder hier vor Ort. Österreich führt allerdings in der Ländepunkte-Wertung. Aber jetzt ist eben auch Kanada dabei. Also Lovric ist jetzt mit im Spiel. Und da müssen wir mal schauen, wer gegangen ist. Anders Schala ist runter. Wir haben jetzt auf eine Spitze umgestellt mit Moritz Reinhardt, der da jetzt als einziger Stürmer spielt. Und dahinter dann ganz normal die Aufstellung wie gewohnt. Wie gesagt, jetzt Lovric zurück in die Viererkette gegangen. Ja, das Thema, was ja jetzt, denke ich, alle bewegt, ist natürlich dieser Platzverweis da. Ich habe ja in der Halbzeit jetzt mich so ein bisschen in den Journalistenkreisen mal umgehört. Und da waren die Meinungen relativ geteilt. Also ich habe ja auch mit der Ahlener-Kollegen gesprochen. Die haben gesagt, sie hätten da auch nicht mit der roten Karte gerechnet. Auf der anderen Seite haben offenbare Kollegen gesagt, sie hätten da so eine Drehung, so eine Check-Bewegung gesehen. Also wie gesagt, muss man sich nochmal in Ruhe angucken, die Situation. Und jetzt gucken wir mal in der zweiten Halbzeit, dass wir da vielleicht doch... Bei all dem, was ich jetzt so gehört habe, auch da gab es, da war es genauso wie bei dir, sehr unterschiedliche Meinungen. Aber wenn ich das zusammenfasse, dann war es so, er kam mit großem Schwung und Golke stand dort. Und der Fehler vielleicht war, dass er die Arme rausgemacht hat. Er hat die Arme rausgemacht. Also der Kerl wäre sowieso gegen die Bande geflogen. Das sowieso und hätte es sich ohnehin wehgetan. Und Golke, dass er natürlich nicht wegläuft, Golke ist ja auch logisch, muss er ja stehen bleiben. Aber dass er irgendwie die Arme rausgemacht hat, das kann man ihm vielleicht angreiden. Und so war es, naja, eine strittige, vor allen Dingen aber eine knüppelharte Entscheidung. Ein Aalner Kollege hat so schön gesagt, ohne die Bande, wenn er da in den Rasen rutscht, wäre es nie im Leben rot gewesen. Wobei, ich muss jetzt dazu sagen, spielt natürlich keine Entscheidung. Aber was wir gehört haben, hat der Aalner Spieler einen offenen Armbruch. Ja, das habe ich schon gehört. Also insofern gute Besserung all denen. Natürlich, bei aller Rivalität muss man sagen, wir sind alles Sportsmänner. Und so sehr, wie wir hier gegeneinander fighten, wollen wir doch nicht, dass hier jemand ernsthaft verletzt ist. Also insofern gute Besserung auch an den Kollegen. So, hier habe ich nochmal ein Mail vom Dennis Renner. Mein lieber Lars, Bubble, der ist Ding in der zweiten Halbzeit nahe. Ich stelle jetzt beim McFit das Laufband auf 800 Stundenkilometer. Jetzt erst recht, schreibt er. Ja, da wollen wir mal gucken, ob das was bringt. Und mal gucken, wie lange er das durchhält mit 800 Stundenkilometer. Also der UFC, der ist jetzt erst einmal, ja, wie soll ich sagen, erst einmal ein bisschen, ja, aber da ich es sage, ja, da ist Reinhard, der mit dem Ball abluchst. Und da hat er aber allein vier, fünf vor sich. Was soll er denn machen? Er kann ja nur verzögern und zurückspielen. Denn Reinhard hat ganz vorne in der Sturmreihe sozusagen den Ball da hier vom Fuß stibitzt. Jetzt geht es aber weiter. Der UFC kommt dort schon. Von der rechten Seite. Jetzt muss die Flagge in die Mitte kommen. Ah, das war die Riesenmöglichkeit. Für Weil. Der rutscht einen Millimeter vorbei. Das war doch die Führung. Nein, nein, nein. Der muss drin sein. Von rechts rüber geflankt. Und ganz alleine Weil. Der Torhüter war schon geschlagen. Er muss nur rechtzeitig kommen. Aber jetzt kommt noch auf 10.9. Mike Vetter mit Wut im Bauch. Geht erst einmal durch Kampagne. Der Torhüter ins Gebäck. Er fährt er erneut. Was soll er machen? Da wird es eng und enger. Nix war es. Weg ist er. Weg ist er. Aber Jörg, das war die Riesenmöglichkeit. Das war die Riesengelegenheit über die rechte Seite. Die schöne scharfe Flanke. Und dann haben wirklich nur Millimeter gefehlt. Da rutscht Richard Weil rein. Und verfehlt den Ball hauchzart. Und ja, der Ball an der Hand eben. Aber Schiedsutter lässt weiter laufen. Ja, das kann natürlich jetzt so ein bisschen das Rezept sein. Und das soll es ja wahrscheinlich auch sein. Dass wir jetzt versuchen relativ kompakt da mit zwei Viererketten in der eigenen Hälfte stehen. Und so ein bisschen auf die Fehler der Aalener warten. Und dann versuchen schnell umzuschalten, nach vorne zu spielen. Und die Aalener Abwehr scheint ja jetzt auch nicht, wenn wir die Gegentore sehen, die allersaddelfesteste zu sein. Also da kann noch was gehen durchaus, sage ich mal. Ja, aber die Bedingungen sind erst einmal nicht gerade für uns gestellt. Denn der UFC spielt dezimiert. Golke musste gehen mit Glattrot. Das war eine harte Entscheidung. Und ja, den Aalener, den spielt es erst einmal in die Karten. Die lassen es allerdings langsam angehen. Die werden natürlich versuchen, irgendwann den Nadelstich zu setzen. Und werden geduldig nach vorne spielen. Denn sie wissen natürlich auch, dass der UFC zu Hause kommen muss. Und gerade jetzt, ja, wo er dezimiert ist. Irgendwann muss der UFC natürlich mehr und mehr aufmachen. Das gibt dann die Möglichkeit und vielleicht auch die Räume für die Aalener. Und das ist ganz nach ihrem Konzept. Das ist das, was sie hier im Schilde führen. Aber der UFC, der lässt sich hier nicht unterkriegen. Und dann geht immer gut drauf. Also da wird früh gestoppt. Ja, wobei ich es jetzt gar nicht so zwingend sehe, dass wir hier aufmachen müssen. Zu 9, wenn es 0-0 ausgeht, geht es 0-0 aus. Also, ehe du verlierst das Ding, gucken wir mal. Also derzeit sieht das eher nach, wie gesagt, einer kompakten, offenbarer Defensive aus. Und natürlich, klar, bei Ballbesitz und Standardsituationen, da guckt man natürlich, was geht. Und in Standards sind wir ja stark. Und da müssen wir gucken, dass wir vielleicht noch ein paar aussichtsreiche Standardsituationen bekommen. Und vielleicht geht da ja dann einer rein. Oder halt, wie gesagt, schnelle Umschaltbewegung. Und jetzt ist ja so eine Gelegenheit da. Ja, ist natürlich weit weg. Richard Weil mit dem Freistoß. Aber das sind über 40 Meter diagonal bis zum Tor. Wir sind nach vorne gegangen. Mal gucken. Ja, jetzt. Weil, er hebt jetzt die Hand, jetzt will er den Ball reinschlagen. Aber er kommt flach und gleich in die erste Reihe. Allerdings können die allen an dem Ball nicht richtig kontrollieren. Bis er dann am Ende doch hinten gelandet ist. Beim Schlussmann Daniel Bernhardt. Also, 51,5 Minuten gespielt. 0 zu 0 steht's. Der UFC in Unterzahl. Aber er lässt sich hier nicht entmutigen. Und ja, das ist ja, wenn man etwas gelernt hat aus den beiden vergangenen Spielen. Wir brauchen Geduld. Wir müssen Geduld haben. Und auch hinten raus können Spiele gewonnen werden. Das haben wir gerade letzte Woche gesehen. Und das nicht alles immer sauber rund läuft. Das gehört eben dazu. Aber man muss unbedingt Willen haben. Und den spreche ich unserem Team nicht ab. Nein, nein, nein. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel Willen in der ersten Halbzeit. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel gewollt. Und dann einfach überdreht. Ja, war auf beiden Seiten ja so ein bisschen so in der ersten Halbzeit. Und ja, jetzt aus der eigenen Hälfte heraus. Reinhardt da kann den Ball sichern. Pizzo. Ah, da verliert Kampagna den Ball. Ist aber... Oh, 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 oh. Das hat aber Kampagna gut gemacht im Nachfassen. Und jetzt kommt der FC Mittagfuß. Über die halblinke Verbindung. Erst einmal abgestoppt. Und da kommt Markus mit. Jetzt muss er rausspielen. Schön hat reingespielt. Ja, 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 ja. Jetzt kommt die Flagge in die Mitte. Oh, da ist er! Daniel Bernhardt in letzter Sekunde greift er zu. Und hat das Leder unter sich begraben. Aber das war jetzt erneut eine gute Chance für den OFC. Und der zeigt dann, wir stecken hier nicht auf. Ja, Duckfuß da mit schönem Pass in die Tiefe. Ja, das ist jetzt so der Moment, wo ich auch so von den von den erfahrenen Spielern erwarte, dass sie so ein bisschen das Heft in die Hand nehmen. Und Duckfuß, der gehört da ja dazu, dass da ja immer was kommt jetzt nach vorne. Ja. Und er schiebt jetzt auch raus gleich. Und wie gesagt, wir lassen die Ahlener jetzt im Ballbesitz da den Ball so ein bisschen sich hin und her schieben. Und an der Mittellinie wird dann angegriffen. Wie gesagt, kompaktes 4-4-1 sozusagen jetzt die Aufstellung des OFCs. Und Ahlen versucht da jetzt eine Lücke zu finden. Aber das ist relativ schwer. Die sind hauptsächlich damit beschäftigt in der eigenen Viererkette, sich den Ball gegenseitig zuzuschieben. Jetzt auch wieder Windmüller da hinten schiebt dann rüber auf Abjahr. Und dann ist der Ball wieder weg. Der OFC dazwischen gegangen. Mike Vetter. Duckfuß. Ah, da versucht er es direkt auf Reinhardt. Das war eine gute Idee, aber es war dann ein bisschen zu direkt. Reinhardt da einen Schritt zu spät. Kann der Stimmung, der tut es keinen Abbruch der OFC hier. Richtig gut angefeuert von den über 8000. Und denen, die jetzt mit im Fanradio sind, die fieber natürlich auch mit. Damit wir weiter Fanradio machen können, dafür brauchen wir eure Unterstützung. Wir legen vor, ihr zieht nach. 40 Euro braucht es von dir, der du gerade Fanradio hörst. Und wenn das auf einen Schlag zu viel ist, dann geht auch zweimal 20 Euro vor und Rückrunde. Da können wir die ganze Saison bis zu Ende führen. 23 Spieltage sind finanziert. 11 große Spieltage müssen wir noch gemeinsam schaffen. Und das schaffen wir. Das schaffen wir, weil du auch dir einen Ruck gibst. Kein Schwarzhörer mehr sein willst. Und blütenrot-weißer Kickers-Unterstützer das Fanradio sein wirst. Da bin ich ganz, ganz von überzeugt. Und die Kontoverbindung, die könnt ihr sehen. Auch auf unserer Website fanradio-ofc.de. Da habt ihr die Kontoverbindung nochmal eingeblendet. Und wir werden sie nachher auch nochmal hier im Laufband einblenden. Also gibt ihr einen Ruck, wenn das zu viel ist. 3,33 Euro im Monat ginge auch. Ein Dauerauftrag. Haben auch viele gemacht. Und auch das gibt 40 Euro. Also das können wir alles erzählen. Weil es hier nichts, aber auch gar nichts zu berichten gibt. Die Alner spielen hier hin und her im Mittelfeld. Ohne großen Raum gewinnen. Jetzt vielleicht versuchen sie es mal. Aber Marcos erklärt erst einmal. Geht auf Nummer sicher. Den Ball in Seiten ausgeschlagen. Und dann gibt es einen Wurf für die Schwarz-Weiß-Gekleiteten aus Baden-Württemberg. Ja, es gibt einen Wurf. Mitte der Offenbarer Hälfte. Wird zurückgeworfen auf Windmüller. Der Zapier rüber. Und dann draußen. Linke Seite. Geht dann doch wieder über rechts. Und wieder ins Zentrum gespielt. Und dann Tim Krupp lässt sich zurückfallen. Versucht dann nach vorne anzuspielen. Aber Ramcay kommt dann nicht vorbei an Marcos. Na, jetzt doch. Versucht er langzuspielen. Aber Lovric aufmerksam. Kampagna. Sichert dann den Ball erstmal zurück zu Marcos, der nach vorne gespielt. Windmüller dann mit dem Kopf dazwischen. Da geht es so ein bisschen wild hin und her. Und dann Claire. Ah, Mike Vetter. Jetzt hat er ein bisschen die Möglichkeit zu gehen. Ja, wird erstmal ein bisschen getackelt. Aber nein, der lässt er weiterspielen. Kann man auch so geben. Das ist schon in Ordnung. Und die Ahlener, sie kommen ihrerseits über die halbrechte Verbindung. Ganz rechts rausgelegt. Und jetzt geht es dann weiter mit Knipfer. Das ist Andreas Knipfer. In die Mitte erst einmal reingeschlagen. Aber aufgepasst. Von Ritchie Weil. Und dann Marcos. Der wird jetzt hier an der Seite den Ball ausschlagen. Sodass es nur einen Wurf gibt. Und kein Eckball eben für die Ahlener hier. Von der rechten Seite. Das Ganze unter dem Beifall der 8000 Offenbacher. Ja, und 100, 150 Ahlener sind auch mitgekommen. Die machen auch ein bisschen Spektakel dahinten. Haben viele Fähnchen dabei. Also, und jetzt, äh, ja, gibt es doch Eckball. Aha. Ich habe das eigentlich so gesehen, dass er bei den Seiten ausging. Aber gut. Eckball für Ahlen. Der kommt jetzt reingeschlagen. Erst einmal raus von Pezzoni. Mit dem Kopf her. Geklärt. Und Duckfuss. Ja, muss ein bisschen verzögern. Hat den Ball erst einmal gut geklärt. Jetzt Kampagna. Uiuiui. Da hat er den Ball verloren. Also, da muss er noch mal dran. Komm Kampagna. Also, eben hat er auch den zweiten Ball dann noch mal geholt. Jetzt erst einmal gefährlich. Die Ahlener schon am Strafraum, im Strafraum. Und dann ist er geklärt. Allerdings erneut auf Kosten eines Eckballs. Und das erneut von der rechten Seite. Und dann wollen wir mal gucken, was die Anzeigetafel sagt. 4 zu 1 nach Ecken führt Ahlen. Ja, und das zeigt halt schon, dass sie auch hier ernsthaft ein Wörtchen mitspielen wollen. Mitreden wollen. Und jetzt versuchen sie es über die Ecke von der rechten Seite. Ja, Ramjai da vom Tor weg. Hoch, weit kommt der Ball. Hinten dann geklärt erst einmal von Reinhardt. Ja, wird abgefälscht der Ball. Aber kein Problem für Dominik Trabant, der den Ball sicher runterfängt. Und dann rüber wirft auf die rechte Seite. Ja, die Ahlener natürlich stehen jetzt hoch. Lovric dann hinten zurückgespielt. Trabant. Ja, der haut das Ding dann weg. Auf Dackfuß. Der kommt aber nicht dran. Ist Windmüller doch einfach einen Kopf größer. Und die Ahlener jetzt in der eigenen Hälfte im Ballbesitz. Und spielen dann ganz zurück zum eigenen Torhüter, zu Daniel Bernhardt. Und versuchen es dann wieder über die eigene linke Seite. Aber wie gesagt, die haben da auch nicht momentan, haben nicht allzu viel Zug nach vorne. Sie haben zwar viel Ballbesitz, aber es ist jetzt nicht so, dass sie da versuchen würden zielgerichtet nach vorne zu spielen. Sie wollen natürlich jetzt nicht ins offene Messer laufen. Das ist ja klar. Sie haben Überzahl. Und sie spielen auswärts. Sie warten geduldig auf ihre Chance, um dann vielleicht einzunetzen. Und sie wissen auch, irgendwann muss der UFC noch ein bisschen mehr aufmachen. Das ist ganz nach ihrem Geschmack. Und so warten sie einfach ab. Spielen den Ball nur hin und her. Also gar keine Ambitionen, den Ball jetzt noch vorne reinzuschlagen. Und das wird ja auch schon mit ersten Pfiffen wieder quittiert. Denn das ist sehr, sehr destruktiv. Haben wir es in der ersten Halbzeit mehr auf dem Boden gesehen, als über dem Boden. So spielen sie jetzt den Ball ein bisschen hin und her. Aber gut. Also jetzt geht es dann doch mal ein paar Meter da nach vorne. Und jetzt geht es auch hier auf die Torauslinie zu. Oh, da muss Pezzoni klären. Erneut Eckball, Eckball, Eckball. Also da führen sie jetzt mit 5 zu 1. Naja, also das muss man sagen, da haben sie schon eine kleine optische Überlegenheit. Gerade was die Standards von der Eckfahne angeht. Ja, viel Ballbesitz, aber momentan zum Glück wenig Effektives, was dabei rauskommt. Ja, der Stand hat jetzt mal kurz getreten, aber die Offenbarer sind dann gleich dazwischen mit Ciccora. Der klärt auf Kosten eines Einwurfes Mitte der Offenbarer Hälfte. Und zurückgeworfen dann Windmüller hinten wieder. Und, na gut, da haben sie jetzt natürlich Platz ab, ja, im Mittelkreis. Schiebt dann hinaus auf die linke Seite. Und dann geht es wieder hinten rum. Dann geht es wieder hinten rum. Und dann schieben sie wieder zurück zu den Innenverteidigern. Ja, das ist so ein bisschen destruktiver Ballbesitzfußball, was wir da momentan spielen. Tim Krupp dann im Zentrum wieder rausgespielt auf die rechte Seite. Und dann geht es wieder hinten, geht es wieder zurück. Und dann sind die Innenverteidiger wieder dran. Dann schieben die sich wieder den Ball zu. Und jetzt geht es mal nach vorne und dann wieder zurück. Und wieder nach vorne. Und, na, in die Mitte rein. Krupp jetzt hat da ein bisschen Platz. Versucht dann lang nach außen zu spielen. Und dann ist es Dobros, der wird geblockt. Aber die Aalner, wie gesagt, sind halt ein Mann mehr. Und dann fällt der Ball halt auch leider häufig wieder einem Aalner vor die Füße. Aber man muss sagen, das kann man ihnen nicht verübeln, dass sie hier sehr kontrolliert jetzt erst einmal den Ball sozusagen hier spielen. Also, ja, sie versuchen die Spielkontrolle aufzubauen, um daraus dann doch irgendwann auch zu der Chance zu kommen. Also, insofern, ja, sie sind eigentlich ständig am Ball, weil der UFC jetzt auch tiefer hinten drin stehen. Ja, aber es fehlt halt einfach für mich. Also, wenn ich ein Mann mehr bin, dann versuche ich doch so ein bisschen wenigstens Druck aufzubauen. Und, ähm, das ist ganz viel Ballbesitz. Das sieht so ein bisschen aus wie die deutsche Nationalmannschaft bei der letzten Fußball-Weltmeisterschaft, ja. Die haben ja auch solche Trikots an, schwarz-weißen. Genau, genau. Also, viel, viel Ballbesitz, aber wenig, wenig, wenig Druck nach vorne. Also, da wird dann immer mal wieder zurückgespielt. Und, äh, dann, äh, schieben sie wieder einen Schritt nach vorne. Und dann geht's nach außen. Und, ähm, da ist, äh, jetzt der lange Ball nach vorne. Aber der ist natürlich geklärt. Lovric ist da aufmerksam. Und, ähm, ja, klar, natürlich hast du recht, man kann sich nicht verübeln. Äh, wahrscheinlich könnten sie mit einem 0-0 hier auch leben. Ja, ob zwar sie einer mehr sind. Aber, ähm, Windmüller jetzt wieder. Ah, Pizoni aufmerksam. Und dann rein. Jetzt Reinhardt, gut, hat er den Ball abgeluchst. Jetzt geht er alleine. Der hat aber vier Ahlen um sich rum. An einem ist er vorbei. Und Darkfuss, der kommt mit. Und jetzt muss er abziehen. Aber Darkfuss, das kannst du besser. Ei, ei, ei. Vier, fünf Meter rechts am Tor vorbei. Viel zu überhastet, viel zu schnell. Ah, da hätte er doch noch ein bisschen was machen können, oder? Naja, ich glaube, der Darkfuss ist auch ein bisschen müde inzwischen. Ähm, er sah eigentlich kontrolliert aus. Da wollte er den Ball direkt in eine lange Ecke schnelzen. Aber wäre es wahrscheinlich doch besser gewesen, wenn er noch zwei, drei Meter gegangen wäre mit dem Ball. So wird es laufen, wie wir es jetzt gesehen haben. Die Aalner werden das Spiel machen. Sie bestimmen hier das Spiel. Sie haben mehr vom Spiel. Und der OFC muss, wie eine Auswärtsmannschaft, muss sehen, dass er seinen Konter vollstreckt. Und jetzt aufpassen, da ist er drabant. Ja, da ist er auf der anderen Seite. Wir wären ja auch schon blöd, wenn wir mit zehn Mann aufmachen würden. Ist ja klar, nein, es ist alles richtig. Ich sage nur, ich stelle fest, mal abgesehen von der Kulisse, ist das jetzt ein Auswärtsspiel. Ja, die Aalner versuchen das kontrolliert, sozusagen in Überzahl. Hier, ja, mit Spielkontrolle zu machen. Und der OFC muss sehen, dass einer der wenigen Möglichkeiten oder Konter oder Chancen eben drin ist. Und das traue ich unseren Jungs allemal zu. Ja, man muss dazu sagen, dass wir in der zweiten Halbzeit bisher die besseren Torgelegenheiten hatten. Ob zwar wir weniger Ballbesitz, viel weniger Ballbesitz haben, hatten wir doch immerhin zwei ganz gute Gelegenheiten. Ja, die Aalner stiefeln jetzt erst einmal hier durchs Mittelfeld. Und wie gesagt, Dagfusse und Reinhard, das sind die ersten beiden, die dort sozusagen die Angriffe ein bisschen unterbinden sollen. Jetzt kommen sie aber gefährlich in den Strafraum. Ja, aber dahinten erst einmal die Kampagna reingerutscht und da klatschen sie sich ab. Ja, ja, Marcos und Kampagna. Und der neue Deckball, das ist jetzt der sechste, siebte schon, glaube ich. Also, wie auch immer, für... Pesalo, Pesalo wird kommen, geht da zur Bank. Da wird es den ersten, nein, den zweiten Offenbacher Wechsel geben. Und mal gucken, was sie jetzt machen mit dem Eckball. Ja, kommt lang, hoch, weit hinten hin. Geklärt von Reinhard, der am kurzen, am langen Pfosten steht. Und der Ball erstmal aus dem Strafraum draußen. Ja, hoch, übers Tor. Wieder Abbaus, 24 Meter, deutlich übers Tor. Da muss Trabant überhaupt nicht eingreifen. Oh na, jetzt... Jetzt kommt die Zuschauerzahl, da sind wir gespannt, wie viel das sind. Ja, ja, wie wir es gesagt haben, 8.118. Das ist sensationell für vierte Liga, nach all der Tristes. Ah, die wir im letzten Jahr so ein bisschen dann zum Ende hin erleben mussten. Und das hier abseits gepfiffen, da wurde fetter geschickt. Also, jetzt wirst du mal richtig laut hier. Ja, das können wir mal zulassen, weil die Alna hier ihr Querspiel, wie sie das hier eigentlich in der ganzen zweiten Halbzeit schon gemacht haben, wieder aufziehen. Da wird nur von rechts nach links, von links nach rechts gespielt. In der Hoffnung, dass irgendwann mal durchgesteckt werden kann. Und meistens gibt es dann mal einen Eckball von der rechten Seite. Allzu gefährlich war das bis jetzt nicht. Und ich stimme Jörg zu, wenn der OFC die Chance hat, dann wird es gefährlicher. Aber jetzt erst einmal aufpassen. Aber ja, wie du es richtig sagst, wir müssen natürlich ein bisschen tiefer stehen. Dürfen dort nicht hier den Alner ins offene Messer laufen. Aber sehr, sehr schwere Ausgangssituationen. Ja, wir dürfen uns natürlich auch nicht zu tief nach hinten fallen lassen. Weil sonst ergeben sich ja fast durch Zufall vielleicht Chancen für Aalen. Also, nicht zu tief stehen. Und momentan lassen wir uns fast ein bisschen zu tief hinten reinfallen, aus meiner Sicht. Dopp-Ross jetzt, na wird da gestoppt. Wäre er noch schöner gewesen. Jetzt wollte er den Elfmeter haben, du. Jetzt hat der Ernst auf den Elfmeter gefordert. Ai, 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 ai. Dopp-Ross. Ist denn schon Herbst, dass die Blätter fallen? Ja, ja, ja. Dopp-Ross wollte der Elfmeter. Leckt mich auf Arsch. Eiei, ai, ai, ai. Aber gut. Ja, die Blätter fallen. Aber jetzt gleich kommt Pusalem noch ins Spiel. Dopp-Ross! 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 Und das ist in acht Minuten soweit, dann wird es hier noch mal richtig krachen. Und das ist jetzt der Hau. Der Hau hat hier nicht aufgesteckt und unsere Buben schon gar nicht. Und wir erst recht nicht. Hier kann, hier soll, hier muss und hier wird noch was gehen. Und spätestens wenn die Schlussviertelstunde eingeläutet wird, und das ist in acht Minuten soweit, und das ist in acht Minuten soweit. Das wünschen wir uns doch wirklich sehr. Ahlen, ja, nichts Neues, immer das Gleiche. Ja, sieht immer alles ziemlich gleich aus momentan. Jetzt versuchen wir es mal über die rechte Seite, dann fällt er dazwischen. Eieieiei. Da liegt wieder einer. Also gefühlt haben sie, ja, 65, 70 Prozent Ballbesitz. Aber gut, der Situation geschuldet. Jetzt wird es dann Freistoß geben. Ah, von der linken Seite für Ahlen. Das Ganze diagonal zum Tor. 28 Meter. Nummer 10, Demedin Dagfuss. Also Dagfuss geht. Und Püssalo kommt. Wollen wir mal gucken, ob es da nochmal einen Impuls gibt. Ob der Püssalo, der junge Finne, hier nochmal einen Akzent setzen kann. Ja, wir wissen ja nicht so richtig, was in ihm steckt. Der war ja lange verletzt. Matthias. Aber er hat immer mal aufblitzen lassen, was er doch kann. Ja, der Mann hat Qualität. Das ist gar keine Frage. Er bräuchte halt wirklich mal eine Phase mit Spielpraxis, mit, wo er verletzungsfrei bleibt. Und sicherlich defensiv, defensiv der Stärkere im Vergleich zu Dagfuss. Und jetzt kommt der Freistoß. Ah, Vetter kann klären. Und Kampagna draußen, dann schlägt das Ding nach vorne, schlägt es ins Aus. Und gibt den Einwurf für Ahlen. Ja, aufhörte Mittellinie das Ganze. Vor der Wahl immer Kleintribüne. Ja, die haben es nicht heilig, ist ja klar. Ja, die wollen das ganz kontrolliert hier. Ja, ich will nicht sagen verwalten. Nein, nein, die haben schon den Sinne, dass sie da vorne noch ein Tor machen. Und sie denken sich, viel, viel Ball besetzt, das kann nicht schaden. Und da haben sie wohl auch recht. Aber, 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 wenn der OFC zusticht, dann ist schlagartig alles wieder anders. Und auf diese Situation warten wir eben. Und das mit aller Geduld, die wir brauchen. Und wir haben das gesehen. Und das ist die Möglichkeit jetzt. Und das ist die Möglichkeit, der Kugel auf der linken Seite, muss vorbei am ersten. Ah, da wird der erste Ball gestoppt. Ja, ja, da wird er gestoppt. Der Ball vielleicht ein bisschen zu weit nach vorne vorgelegt. Und so sind die Ahlen zurück im Ballbesitz. Aber so kann es eben gehen. So kann es gehen. Ja, wobei der Moritz natürlich jetzt auch nicht der typische Konterstürmer ist. Müssen wir fairerweise sagen. Aber er schlägt sich da wacker momentan gegen drei. Ahlen eben in der Situation. Aber vielleicht, ja, Vetter ist ja auch schnell. Und Pesalo ist noch frisch. Vielleicht kann man da ja über die Außen irgendwas machen. Jetzt die Ahlen über die linke Seite. Kommt die Flanke Apezzoni dazwischen. Ah, Vetter dann dreht sich da weg. Kann den Ball aber behaupten. Und, ja, dann ist er wieder weg. Und er ist im Aus. Also, ich würde mich über Grüße von der neuen Prager Hütte an die Seiderbrigade Winzen und die Rentnergang Heusenstamm freuen. Danke und Grüße vom Christian. Und das haben wir hiermit ausgerichtet. Und Max Beckmann, der grüßt nochmal. Ahlen geht heute Baden, schreibt er 1 zu 0. Wird das werden? Tja, wir sind dabei. Aber im Moment, ja, kann man nicht sagen, dass der OFC eine große Druckphase. Aufzieht, im Gegenteil. Er muss sich... Nee, nee, war wieder nichts. Klar Ball gespielt. Das habe ich jetzt diesmal gut gesehen. Abstrus. Klar Ball gespielt. Und trotzdem gibt es den Freistoß für Ahlen. Ja, Länderpunkte nochmal in den USA. Grüße aus Miami. Und dann die zwei Lausbuben, Marco und Nico Süß in Berlin. So geil, wie er heute die Stimmung beschreibt. Holen wir noch den Dreier auch in Unterzahl. Friede Grüße vom Florian Wenz an dieser Stelle ausgerichtet. Jetzt Freistoß. Ja, 23, 24 Meter halbrechte Verbindung. Für Ahlen gefährliche Situation. So recht wollen sie keine Mauer stellen. Irgendwie sieht das ein bisschen merkwürdig aus. Drei Mann Mauer. Und der Kollege Nikolas Dobros, der will ihn ausführen mit seinem linken Huf. Jetzt kommt er reingeschlagen. Aber da hat er Dominik Trabant die Kugel ganz, ganz sicher gefangen. Da hat er überhaupt keine Mühe. Unser guter Schlussmann dort hinten mit der Nummer eins. Also jetzt aber aufpassen. Da hinten muss erst zurück gespielt werden. Ja, Trabant. Oh, ja, ja. Im Duett hier mit Kampagna dann rechts rausgelegt. Ja, er würde wohl vielleicht nochmal zurückgehen. Genau, auf Trabant. Und er wird ihn weit nach vorne schlagen. Allzu weit war es nicht. Aber bei Mike Vetter sollte er ihn bekommen. Ja, es ist natürlich, wie das eben so ist, wenn man den Unterzahl spielt. Egal wo du bist, da ist schon ein Halter. Ja. Ja, ja, aber jetzt gibt es erstmal den Freistoß. Und jetzt gibt es auch ein Debüt. Nein, nein, diese Saison zumindest. Jetzt kommt Lämmer. Jakob Lämmer. Oder freue ich mich, denn das ist eine echte Rakete. Einer unserer schnellsten kommt. Und ich glaube, dass Moritz Reinhardt runtergehen wird. Und, ja. Ja. Der kriegt natürlich viel Applaus. Denn der hat immer, immer, immer getroffen. Sagenhafter Bursche. Und Jakob Lämmer. Das ist unsere große Hoffnung. Auch perspektivisch. Nicht nur heute. Ja, und was wird denn da reklamiert? Guck mal, die Spieler sind alle ganz entsetzt. Die Spieler wollen jetzt wissen, was sie machen sollen. Wer wohin gehen soll. Weil jetzt fehlt ja im Prinzip der Stürmer. Aber ich denke, dass Lämmer vorne reingehen wird. Ja. Ja, Lämmer geht vorne rein. Und sonst bleibt alles wie gehabt. Lämmer dann jetzt als Stürmer sozusagen. Das wäre natürlich ein Ding, wenn ausgerechnet der Jüngste der Jungen hier das Ding macht. Ja, feilschnell ist er. Und der hat ein gutes Auge, gutes Stellungsspiel. Der weiß, wo der Ball hinkommt. Also der hat die Hühner im Alleingang weggeschossen. Und jetzt kann er sich hier auf der großen Bühne, Biberer Berg, auch zeigen. Ja, Freistoß. Für Salo zu Boden gedrückt. Gute Position jetzt für den OFC. Also aufs Schießhaustor zu. Exakt 24,5 Meter. Zeigt unser Scanner an. Und Richie Weil, der hat sich die Kugel hingelegt. Und jetzt ist er noch ein Tor. Also diagonal zum Tor. Von der halblinken Verbindung. Jetzt Freistoß. Pizzoni, der lange Schlags, der macht sich auch vorne rein. Jetzt stehen sie alle dort vorne. Und die Aalner, die haben jetzt erstmal Hochbetrieb. Das haben sie lange nicht gehabt, dort hinten im eigenen Strafraum. Also Richie Weil beim Freistoß. Jetzt sind wir empfänglich. Da kommt der reingeflogen. Kopfball. Oh, nicht gelungen, weil Daniel Bernhard mit der Faust dort rauskatapultiert hat. Das Kügelchen. Da muss er schon alles riskieren. Und tolle Anfeuerung. OFC, OFC skandieren die über 8000 OFC-Fans. Also. Die Hoffnung, sie stirbt zuletzt. Wer das noch nicht verstanden hat, der hat das in Freiburg gelernt. Und so glauben. Und hoffen wir weiterhin für unseren tollen OFC. Und in zwei Sekunden, eine Sekunde, jetzt wird die Schlussviertelstunde eingeläutet. Also. Und da gibt es da der erste Haken. Vorne reingeschlagen. Nee, nee. Das war nicht wirklich gefährlich. Damit hat Daniel Bernhard keine Mühe. Ja, den kann er sich ja fangen. Und versucht es dann schnell zu machen. Aber das klappt nicht. Ball im Aus. Ich sage dir was, wir brauchen einen Elfmeter. Kurz vor Schluss. Wäre natürlich gut. Eine Schiri darf aber für uns pfeifen, oder? Ja. Wir brauchen eine Konzessionsentscheidung. Ja. Das muss er doch verstehen, der Schiri, oder? Ja. Jetzt stehen sie alle. Oh, im Tollhaus Bibererberg. Hier auf der Hauptrevolution steht alles. Und zwar Kopf. Weil sie Kickers sind. Und sie haben verstanden. Wir können das nur gemeinsam reißen. Hier gibt es keine Überlegenheit. Ja. Dass der UFC alle an die Wand spielt. Das kann nur im Kollektiv gehen. Das muss im Kollektiv gehen. Und hört nur. Ja. 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 Jetzt kommt Ahlen. Aber schon unterbunden. Aber da gibt er Freistoß. Das Ganze noch. Ja. 32 Meter diagonal. Fast direkt vor der Waldemerklein-Tribüne. Für Ahlen. Freistoß. Ja, ja. Also spannend ist es allemal hier in der Schlussviertelstunde. Immer noch. 0. 0 zu 0. Ja. Aber was haben wir hier alles gesehen? Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit war es doch sehr, sehr heftig. Das hat uns gar nicht gefallen, was wir da gesehen haben. Von den Ahlen auch vom Schiri. Mittlerweile hat sich alles ein bisschen runtergefahren. Aber jetzt kommt Ahlen mit dem Freistoß. Schauen wir mal. Der geht allerdings an Mann und Maus vorbei. Bis zur Eckfahne hinten schlägt er den Ball. Also viel schlechter hätte er ihn gar nicht schießen können. So kann, so darf, so soll er weitermachen. Und Dominik Trabant, der wird abstoßen. Und das sag ich's nochmal, bis es soweit ist. Wir brauchen eure Unterstützung. Wir wollen weitermachen, Fanradio. Wir wollen die Saison durchziehen. Und dafür brauchen wir euch. 40 Euro braucht's. Oder eben zweimal 20 Euro Vorrunde, Rückrunde. Oder einen Dauerauftrag. 3,33 Euro. Dann kriegen wir das gemeinsam hin. Kontoverbindung ist eingeblendet. Da habt ihr's unten. Also mach das Ding klar. Mach es für dich klar. Denn wir legen ja vor. Und wir müssen's ja leisten. Du bist ja der Nutznießer. Und so haben wir's 14 Jahre hinbekommen. So kriegen wir's auch im 15. Jahr hin. Da bin ich ganz, ganz von überzeugt. Ja. Ob das Spiel, das Auswärtsspiel in Balingen übertragen werden kann. Das ist einerseits klar. Ja. Radio auf jeden Fall. Wir sind immer noch am Verhandeln. Wir verhandeln schon seit Wochen sozusagen. Mit der Liga. Gestern, heute habe ich mit dem Geschäftsführer gesprochen. Gestern und auch heute immer noch keine endgültige Entscheidung. Wir wollen mit Bild übertragen. Für euch ganz klar. Ist aber noch nicht gefallen die Entscheidung. Das wird wohl eine Last Minute Geschichte werden. Aber eines kann ich euch sagen. In Hoffenheim werden wir mit Bild live übertragen. Also das kriegen wir hin. Und wir hoffen natürlich, dass es bis dahin noch Punkte rauscht. Zum einen heute. Und dann eben in Balingen. Und am besten auch nochmal in Hoffenheim. Und dann kommt's nämlich zum ganz großen Spiel hier. Zum ganz großen Matchday gegen den aktuellen Tabellenführer. Gegen Elversberg. Ja, und in einem Spiel passiert nicht allzu viel momentan. Der Ahlener, wie gesagt, im Ballbesitz hauptsächlich. Aber hauptsächlich in Bereichen, wo es nicht gefährlich wird. Wenig Raum gewinnen. Und der UFC mit zwei kompakten Viererketten da sehr aufmerksam. Und jetzt wieder die Möglichkeit zum Umschalten. Ja, Foul. Ja, Kontropf. Also muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich gar nicht gepfiffen. Hätte ich nicht gepfiffen. Aber es ist gut. Er hat's gepfiffen. Für Mike Vetter. Und Mike Vetter hat auch gar nicht reklamiert großartig. Er war im vollen Lauf. Kam irgendwie ein bisschen ins Straucheln. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich durch den Einfluss des Gegners war. Ist uns auch egal. Freistoß gibt's für den UFC. Allerdings im Mittelkreis. Und so kann... Und so muss man sich jetzt dann doch ein bisschen nach vorne orientieren. Und das haben wir ja selten in der zweiten Halbzeit gehabt. Weil die Ahlener hier schon versucht haben, kontrolliert den UFC. Hinten ein bisschen einzuschnüren. Also, jetzt kommt die Flanke von Richie Weil. Ganz, ganz vorne rein. Aber direkt in die Fänge von Daniel Bernhard. Der hat keine Mühe. Ja, stattdessen schlägt er schnell ab. Wirft er schnell ab. Ja, und jetzt versuchen sie es übers Mittelfeld. Ja, blitzartig hier zu kommen. Über die linke Seite. Aber der UFC ist ja wieder da. Und jetzt wollen wir schauen. Da tritt er an. Schön rechts rausgelegt. Also, jetzt vielleicht die Flanke durchgesteckt. Schön da. Auflaufen lassen. Und jetzt gibt's Freistoß für den UFC. Donnerschlag von der rechten Seite. Oh, oh, oh. Ich glaube, das war Shikora, der den rausgeholt hat. Ja, ja. Shikora. Aufgelaufen. Und, ähm. Er wollte auch ein bisschen auflaufen, oder? Natürlich. Aber das gehört dann auch dazu. Gelegenheit oder die Einladung hat er dankend angenommen. So schlimm war es nicht. Und er hat, wie du sagst, er hat die Einladung angenommen. Aber das ist dann auch eben ein bisschen geschickt. Und jetzt Freistoß. Ja, direkt auf der 16er Kante sozusagen. Da liegt das Kügelchen. Auf der 16er Kante. Bist du nicht jetzt empfänglich? Ich bin immer empfänglich. Also, der Jörg ist empfänglich. Jetzt hat er es ganz klar nochmal gesagt. Und an ihm hat es gelegen, dass wir bis jetzt nicht getroffen haben. Aber jetzt hat er sozusagen den Weg freigemacht. Also, dieses Tor wird ihm präsentiert von Jörg Gronau. Und Campagna. Der will das Ding erst einmal reinflanken. Also, schauen wir. Auch Hitchi Weil hat sich vorne reingestohlen. Der wird doch nicht köpfen wollen. Da kommt er. Ja, vorbei. Tor! 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 Und das ist Lämmer! Ist das Lämmer? Ich glaube, Lämmer. Lämmer. Ich meine, es wäre Lämmer. Wir müssen genau hinschauen. Einer stieg hoch. Ist das geil. Dein Tor. Du hast es präsentiert. Lämmer. Lämmer. Ja, wenn du das immer so schön schüttest. Ich muss den nur noch reinpappeln. Lovric hat das Ding gemacht. Okay, dann war es eben Lovric. Wir haben in unserer Glückseligkeit nur noch einen dunklen Schopf hochsteigen gesehen. 1 zu 0 für der OFC. Donnerschlag! Donnerschlag! Und jetzt, Jörg, sage ich, Pfeife ab, Schiri! Ja, jetzt wäre der passende Moment, das Spiel zu beenden. Das Spiel zu beenden. Noch 10 Minuten etwa. Und es muss natürlich ein bisschen mehr kommen von Ahlen. Mal schauen, was sie jetzt machen. Jetzt geht es doch ein bisschen schneller. Linke Seite. Und da kommt die Flanke. Eieiei, da ist er völlig frei. 1 zu 1. 1 zu 1. Da war er ganz, ganz frei. Wie gewonnen, so zerronnen. Eieiei, im Siegesjubel, im Torjubel. Da verstummt hier die Kickerstimme. 1 zu 1. Donnerschlag! Ja, ganz weiter Pass. Vorne einfach mal reingeschlagen. Steigt einer hoch. 1 zu 1 steht es. Ja, da ist auch ein offenbarer Spieler irgendwie weggerutscht. Da ist der Gegenspieler weggerutscht. Und ja, das ist natürlich bitter, wenn du da direkt den Ausgleich wieder kriegst. Keine Chance für Trabant. Und... Ja, da war der Innenverteidiger vorne. Da war Windmüller vorne, überraschenderweise. Und jetzt gibt es da auch noch Gelb. Ja, Gelbe Karte noch mal. Diskussion mit dem Schiedsrichter. Na ja, das sollen sich ruhig anlegen. Das spielt uns jetzt in die Karten. Und Freischuss wird es auch noch geben für den OFC. Und der Julian, der OFCler, der grüßt hier auch noch mal. Also, der will hier auch unbedingt natürlich noch den Kicker-Sieg sehen. Und jetzt, Jörg, bist du ja wieder empfänglich? Ja, wieder empfänglich. Und dann soll ich ihn wieder reinbubbeln, oder? Ja, mach das, mach das. Also, Freistoß. Diesmal ist es ein bisschen weiter, das muss ich sagen. Aber es ist wie der Kampagner, der dort ganz, ganz hinten steht. Diagonal zum Tor, 38 Meter. Aber jetzt kommt er vorne reingeschlagen. Ja, mit der Faust muss er hoch. Bernhard, der Schlussmann der Ahlner. Ei, ei, ei. Was für ein Fight. Sechs Minuten vor Schluss. Hört nur, hört nur. UFC, UFC, skandieren Sie. Und es wird einen Wurf geben. Marcos, der hat sich das Bällchen gegriffen. Jetzt muss er schauen, wer kommt ihm entgegen. Ja, wer, wen könnte er anspielen? Ja, so recht ist da niemand. Also, ja, geht das Bällchen auch verlustig. Ja, das haben sie nicht gut gelöst. Stattdessen kommen die Ahlner wieder. Und schön dazwischen. Laufrecht, der Torschütze. Gnadelos, humorlos, trischt er den Ball erst mal auf die Tribüne. Was soll er auch anders machen? Einwurf Ahlen. Einwurf Ahlen. Eigene Hälfte. Regulär noch sechs Minuten. Aber bestimmt drei, vier Minuten Nachspielzeit noch. Und ja, vielleicht gibt es ja nochmal diese Standardgelegenheit oder die Kontergelegenheit für den UFC. Ja, 1-1. Natürlich ein bisschen ernüchternd jetzt, nachdem wir uns so gefreut haben über die Führung. Aber vielleicht geht da ja noch was jetzt. Ronny Marcos schnell dazwischen. Er geht dann mit dem Ball nach vorne. Und das ist Lämmer auf der linken Position. Hat sich dort freigestohlen. Den Ball jetzt in die Mitte reingebracht. Oh, mit dem Kopf erst einmal geklärt. Auf Kosten eines Eckballs. Aber der UFC ist dran, ist dran, ist dran. 4,5 Minuten vor Schluss. Uiuiuiuiui. Eckball, Eck, Eck, Eck. Kampagne diesmal von der linken Seite. Und jetzt wird es wieder rund gehen im Strafraum der Schwarz-Weißen. Das sind die Süddeutschen aus Aalen. Ja, 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 ja. Und der Waldemar Kleintribüne. Da ist mächtig was los. Also Kampagne, da lässt sich erstaunlich viel Zeit. Der schaut erst einmal, was könnten wir denn jetzt hier machen. Und jetzt kommt er reingeflogen. Also, da kommt er hoch auf den zweiten Pfosten. Und da ist natürlich Daniel Bernhard da, der Schlussmann. Oh, der wirft immer schnell ab. Ja, beinahe wären wir noch dran gewesen. Oh, jetzt mit der Hacke mitgenommen. Aber jetzt muss ganz zurückgespielt werden von Richie Weil auf Dominik Trabant, sodass es neu aufgebaut werden kann. Ja, es bleibt ihm nichts anderes übrig. Er muss jetzt weit nach vorne gehen. Ganz klar, das macht er auch. Über 40, 45 Meter auf Mike Vetter. Allerdings von zwei, drei und gleich umringt. Ja, da ist er natürlich das erste Mal zweiter Sieger. Aber so recht wissen Sie auch nicht, wohin mit der Kugel. Und so geht es jetzt hin und her. Ein Kampf aufbiegen und brechen. Tja, der OFC jetzt versucht es ein bisschen offensiver. Er will jetzt dann doch vielleicht das Siegtor noch erzielen. Die Ahlener, sie rutschen hinten rein. Und jetzt! Eieiei, da war die Gelegenheit. Das war die Riesenmöglichkeit. Da haben Sie ja ein bisschen Harakiri gespielt im eigenen Strafraum. Die Ahlener. Und beinah, beinah, beinah. Wäre da Püssalo noch ans Leder gekommen. Oh, das war die Möglichkeit. Also, jetzt erst einmal Ahlen wieder im Vorwärtsgang. Dort vorne an der Torauslinie. Und dann geht auch hin das Tor. Und da dürfen Sie hinspielen. 87 Minuten gespielt. Eins zu eins steht. Lovric hat das Ding gemacht. Und im Gegenzug fehlt dann gleich der Ausgleich. Aber, aber, aber. Große Moral für den OFC, der jederzeit angezeigt hat. Auch wenn wir in Unterzahl spielen. Wir wollen hier nicht verwalten. Wir wollen hier gewinnen. Ja. Und wie gesagt, jetzt die letzten fünf Minuten. Da versucht es der OFC und die Ahlener. Vielleicht ist da die Luft auch ein bisschen konditionsmäßig raus. Die lassen sich jetzt doch wieder ein bisschen weiter zurückfallen. Und scheinen mit dem 1 a 1 dann zufrieden zu sein. Wohingegen der OFC dann doch jetzt doch versucht irgendwo noch mit ein bisschen Glück das Ding zu gewinnen. Und rechte Seite. Jakob Lemmer nimmt da Fahrt auf. An zwei vorbei. Ball raus auf. Ja, dann kommt die Gelegenheit zur Flanke. Kommt der Ball in die Mitte. Aber da sind dann zwei Ahlener. Da kann unser finnischer Offensivspieler, da kann Pissallo nichts machen. Jetzt geht es wieder über Pissallo. Rechte Seite. Ah. Ah, der Stürmer faul gepfiffen. Okay, ja, der Stürmer faul gepfiffen. Wie auch immer. Ja, und da schreibt der Max, wenn der Lemmer ein Tor macht, dann wird das heute ein Lämmerspiel. Tja, ja. Aber es ist egal, wer das Tor macht. Das ist uns egal. Einer muss noch rein. Einfache Fußballweisheit. Arne geht noch. Arne geht noch rein. Also, Ahlen, jetzt erst einmal. Ja, aus der eigenen Hälfte kommend. Jetzt geht es Richtung Mittellinie. Ja, so langsam in die offenbare Hälfte rein. Und dann wieder zurück in die eigene Hälfte. Zurückgespielt. Das Geschiebe, das kennen wir in der zweiten Halbzeit. Jetzt geht es dann doch mal ein bisschen schneller. Halb rechts soll hier angespielt werden. Aber Marcos erst einmal aufgepasst. Und Ritchie Weil. Abgelegt. Kampagne. Pizalo. Kommt da nicht ran. Nein, nein. Oh ja. Er zieht. Der Pizalo. Geht an den Textiltest. Ja, ja. Hat er schon ganz schön gezuppelt. Und weiter geht es hier mit dem Einwurf. Einwurf. Ja, es gibt den Freistoß für die Ahlner jetzt Mitte der Offenbacher Hälfte. Und alle zurück. Alle zurück in den Offenbacher Strafraum. Fürsalle rückt er jetzt so ein bisschen raus. Wobei die Ahlner durchaus noch mit drei Leuten da defensiv stehen. Es dauert jetzt aber natürlich auch Ramay da. Am Ball lässt sich viel Zeit. Ja, wir sind jetzt, jetzt in dieser Sekunde ist die Spielzeit abgelaufen. Die 90 Minuten. Ab sofort sind wieder Nachspielzeit. Aber auch hier muss er noch einiges draufgeben. Hat er schon Anstalten gemacht? Wie lange? Ja, jetzt zeigt er drei Minuten an. Also drei Minuten zeigt er an. Okay, der Ball ist das erste Mal im Seitenhaus. Einwurf wird es geben für Ahlner tief in der eigenen Hälfte. Also hoffen, bangen und glauben an den UFC. Also Ahlner noch mal im Neuaufbau. Hinten raus in der eigenen Hälfte. Jetzt geht es Richtung Mittellinie. Abgestoppt, zurückgespielt in die eigene Hälfte. Rechts rausgespielt. Immer noch in der eigenen Hälfte. Jetzt wieder über die Mittellinie. Auf rechts. Dann kommt der öffnende Pass. Ja, und da ist Marcos. Steht gut. Aber, ja, 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 ja. Jetzt muss er laufen. Pyssalo. Pyssalo, geh, 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 geh. Zieh. Ah, da will er vorbei. Aber das ist zu vieles Guten. Aber immerhin. Einwurf wird es geben für den UFC. Ganz sauber gespielt. Und da muss er sich nicht aufregen. Dann kommt er in der Tim Krupp mit der Nummer 6. Nein, nein, nein. Das war ganz sauber gespielt von Pyssalo. Also, weiter geht es jetzt hier. Kasper, Kasper. Und jetzt ist er hier innen drin. So, also, weiter geht es. Die Schlusssekunden. Dominik Trabant hebt den Ball noch einmal auf. Jetzt sind wir gespannt. Also, der UFC zumindest im Ballbesitz. Ja, 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 aber die Aalner, die checken natürlich schon drauf. Jetzt erst mal weit nach vorne gespielt. Mike Vetter will mit dem Kopf verlängern. Oh, was hat er denn jetzt wieder gepfiffen? Meine Herren, was soll denn das gewesen sein? Ja, es soll abseits gewesen sein. Aber, äh, war eine neue Spielsituation eigentlich für mich. War richtig. Der Jakob Lemmer stand im Abseits. Aber, wie gesagt, für mich eine neue Spielsituation. Von daher, aber gut, wie gesagt, abseits schützt er entschieden. Und jetzt gibt es nochmal einen Wechsel. Die Aalner, sie versuchen jetzt nochmal, die, ja, die Minute von der Zeit zu nehmen. Die scheinen hier zufrieden zu sein, mit dem 1 zu 1. Das sind jetzt auch die allerletzten Sekunden. Aalner wechselt nochmal aus. Wir sind ja jetzt auch in der 93. Minute. Und drei Minuten wollte er nachspielen. Also, ja, ich sag mal, diesen Aalner-Angriff müssen wir noch überstehen. Und, ja, vielleicht kriegen wir noch einen geschenkt. Weiß ich nicht. Also, Aalen jetzt an der Kugel. In der eigenen Hälfte, Richtung Mittellinie. Jetzt kommt der öffnende Pass. Auf, links raus, vorne rein. Pezzoni erst mal mit dem Kopf geklärt. Aalen mit dem zweiten Ball. Und da pfeift er ab. Also, 1 zu 1 ist ausgegangen. Unsere Jungs haben tapfer gekämpft. Ja, geht in Ordnung, unterm Strich. Und am Mikro verabschiedet sind Klaas Kessner und Jörg Grunau. Und am Mikro verabschiedet sind Klaas Kessner.